Geil aus. Ja. Komplierter Absturz. Axel? Scheiß Kamera. Ne, meine Kamera ist abgekappt. Und alles. Ey, Jerezmeier. Axel? Ja? Ich liebe dich für deine geilen Ideen, Alter. Kannst auch Frank in den Arm nehmen. Geh mal hinter nach Frank. Geh mal ne Runde schmusen. Musi? Hä? Genau. So, jetzt geht wieder alles. Sorry, Leute. Sorry. Was war die Falsche? Was war die Dich? Naja. Test. Test. Einfach nur geil, Alter. Mike, magst du die Musik gleich wieder ausmachen? Ja. Warum? Darum. Weil die haben da vorne auch Musik an. Deswegen. Okay, schade. Musik und Modo. Ja, bei mir ist gerade alles gekackt. Oben auch. Oben musste ich gerade neu starten. Ja. Ist aber wieder an. Kontrolle. Ob die Kabel. Es ist eine Bode. Axt. Jo, ich hab die. Verwärts. Lass einfach Mutorn. Was geht jetzt ab? Lass einfach Mutorn. Ui Ui Wieder hier Ah Hinter dir Oben Feuerwehr Ui Wer ist gestorben? Moinsen Das sieht mir nach Buchatsch äh Buchatsch aus Ja Ich glaub das war Buchatsch Wahrscheinlich Irgendwer hat euch auf jeden Fall umgeklappt Im Feuerwerk Überraschung Das wird's nicht geil überraschend Du Axel, hast jetzt nen Showcar? Ja Genau, kommt erst mal an, guckt euch hoch und stellt euch hin Ja Wo kann man sich, wo kann man das Showcar positionieren? Aufm Hof Hinten aufm Hof Irgendwo? Ja wo gehört Ich muss das erstmal her transformieren Auch wenn's kein großes Showcar ist Ach da ist doch nichts für uns Ja Hier Oder ganz hinten Ganz hinten Ich glaube ich Ja Wieso hier rechts auch oder? Oder ist das hier jetzt nur Das weiß ich gar nicht Nur Redline Ich meine nur ganz hinten Ja dort in die Garten, so finde ich es perfekt Ich glaube meinen brauche ich hier nicht hinstellen Obwohl der ist auch Standard, fast So So steh ich mein Audi auch auf? Mein langweiligen Bugatti Ha 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 Die sind alle fast Äh hier Meine ganzen Autos stehen doch hier rum Der Porsche Ja da Urus Jo So zwischendurch einfach mal reingegrätscht Ja ich pahre keine aus, alles gut Kannst du doch machen Äh Hallo Muba, ich hab dir Fahrzeuge mit mir, du bist ja ganz schlau Ja aber deine hat die Ambilight Ich hab vergessen bei mir bei dem Audi R8 zum Beispiel Ambilight einzuknallen Ich hab gar keine Bodenbeleuchtung, weil es bei mir nicht geht Ja Dann macht er bei dir Ich tu meinen weg Ja Okay Frank, dein Auto Wurscht, da nie kommt doch rein Bei mir geht es zwar keine Bodenbeleuchtung, ist auch egal Bei mir geht es zwar keine Bodenbeleuchtung, ist auch egal Ja, stell dich durch Ja, stell dich durch Sonst, Axel lass mich ein bisschen hinter dir stehen Äh, vergesst die Motor nicht auszumachen Dann blubber da aber nicht mehr so viel Ich bin nur bei, äh, Alt Licht Motor ausstellen und dann machst du hier, ähm, Alt Und dann kannst du das Lichter machen Wenn du ausgestiegen bist Ja, bei meinem geht Du musst du laufen lassen, das geht nicht Ja, bei meinem geht es Aber ich kann keine Bodenbeleuchtung, leider Nein, nein Bei dem 3er gibt es leider keine Na, Schroll Zum Kotzen Dann musst du mal langsam bei mir ein Auto kaufen Ja, moin Alles klar bei dir, Bruder Ja, bei dir auch Ist die Frau Benz schon da? Ja, wo ist Wurst, Mikey? Jetzt kannst du warten, welche meine Frau Rüste wird Frau Benz und Herr Benz hat sich gefunden Was hat alles denn das schärft? Moment, ich muss dir... Ich muss dir mal meine Hupe zeigen Ja, mach, zeig mal Wie so zwei kleine Kinder Oh, Gott Ich höre nur dieses... Wir gelachen und denken immer so Ich will gar nicht mehr Ich hab mich sonst noch so freigesehen Nein Irgendwann ist das auch gut Äh, Gary, ich hab dir eine SMS geschrieben Äh, das diesmal in meinem Haus Das ist doch ein Schwell des Madame Du Hupe Ja, aber ich finde Franks Autos sind einfach erst geil Überlegt Ja, doch ich dich aus meinem Testament raus Genau das hab ich mir auch gedacht Aha Jetzt werden die Schwellen Die Schwellen sind auch Jetzt wird ja Ding Finden Das ist ein witziger Beifahrer Das wird jedes Mal im Fahrzeug gefällt Eigentlich Äh, Frank, wo war ich denn da vorne drauf gesessen? Auf dem Beifahrersitz? Ich hab so einen heißen Arsch gekriegt, Alter Warte, ich seh jetzt das Warte, ich seh jetzt das Alter Also nie mitfahren mit Frank, weil ich noch Kriegst nen heißen Arsch Ab dem Sommer Einfach nur krank hier Ja, schicke Dinger bei Uh Oha So was mag ich Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist der was für mich Ja, auf dem Ja, klar Alter, warum setzt er sich einfach an Er ist behindert Man setzt ihn nicht einfach in anderen Autos rein Hier im Augenblick ist es hier alles legit Weil, äh, alle Leute, ist ja wegen Beurteilung, weißt du? Ja, okay Weißt du, jetzt ist eigentlich scheißegal, was man macht, außer solange wenn man nicht hier aus dem Tor fährt, ist alles scheißegal Ja eben Oh, oh Gott, ich bin ich nie gepestigt Glaub ich auch Alter, jetzt, sein wir mal nicht so frech Glaub ich auch Alter, jetzt, sein wir mal nicht so frech Echt jetzt? Ja, weil der sich fährt wie Kritze Können wir da nix machen, oder? Nee Scheiße Ich hab die Bremsen auf 10 hochgeballert, aber er bremst trotzdem Ja, dann setzen wir uns nochmal, ja schade, ja Ja, aber weißt du, was der Schlimme ist? Der war vor dem Umbau, hat der Einwandfeil gebremst, der ist komplett gestanden auf einmal Ja, da ist das Modell schuld Ich hab nix zum Modell bearbeiten Der ganze, der ganze Knick Heiß im Klartex kommt er mit klar Nee Nee Das kannst du vergessen, das geht nicht Ab 6 Uhr in der Brüse, einfach nicht mehr da Gibt's Oh je Okay Aber, aber jetzt kann er noch gewinnen Ist ja unfair Ohne, ohne Bremsen wird schlecht Nein Muss das auch nicht wieder weg? Ich fahr das Rennen eh nicht mit mit dem Auge, das kannst du vergessen Jetzt lass den Regier noch stehen, aber Er bleibt nur zur Show hier stehen Der ist um 6 Uhr wieder weg Ich sag so, wenn du mit dem Ding da runterbretterst, ich kann da unten ein SWORD Fahrzeug hinstellen, danach bremst du Ja, im Fahrzeug drin, ja Genau Na warte, mein Freund, dir werde ich helfen Ich sag so, da vorne stehen doch nur zwei SWORD Enttäuschen Wohin kann man eigentlich die Autos fest rennen? Die stehen auf der Straße Jetzt ist gleich Redline gesagt, dann haben die einen Aufwasch gehabt Da stehen schon geile Dinger hier Auf jeden Ja, Micha, dann musst du dich sonst äh In den nächsten Tagen nochmal mit deinem Teppich verkäubert einander setzen Ich bin mal weg Oh, jetzt ist ja traurig Na, ist schade, ja Schade ist so schä Ja Äh, ich hab Panik Scheiße Ich würde nochmal gucken gehen Das hört nie Oh, die anderen kann nochmal anschauen, Jun Das Gepiepse geht ja auf den Sack Ich kann mich nicht hören Das Gepiepse ist laut Mhm, 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 mhm Das sind auf jeden Fall Hammerdinger bei ihm Ja, ich hab's so Ich hab's so Ich hab's so lecker da Oder Bier Kommt der bei ihm von mir Woll ich dann Sachen Ich hab gern ein Pizza Was willst du? Äh, Pizza Pizza und ein Bier Äh, äh, Exel Habe ich von euch schon gar keine Kletze gegessen? Ah, okay Bist du nicht am Arbeiten hier? Sehr, sehr lecker Ja, sehr, sehr lecker Ja, sehr, sehr lecker Ah, jetzt Spaß kann ich trinken Sobald wenn du die voll gesucht rum bist Ja, ich kann sagen Ich kann sagen Sehr, sehr lecker Pizza Definitiv Wenn du schon das isst Dann musst du auch hier Nachtisch haben Hallo, ist das hier Ist das mal mit einer Panna Cotta Oh, ich hab ja noch fünf Trubbel oder da am Stecken rum Was ist das? Pizza Pizza Äh, Exel 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 Weißt du, so ein Ding ist das Ich bin nicht sauer oder so Aber da müssen wir halt jetzt schon mal fix zusammenkriegen Wer das war und sein kann Exel, wer war das? Was? Wegen meinem Shelby Damals Wer hat dir verscheppert? Äh, ich weiß es nicht Ich weiß es den Namen leider auch nicht Das ist mein Problem Was denn? Wer den verkauft hat? Ja Ja Das weiß ich doch nicht Ich hab das doch nur mitbekommen Da hab ich dich doch direkt gefragt, ob man an die Fahrzeuge was machen kann Weißt du? Ja Ja Ich weiß es leider nicht Das ist leider mein Problem Du warst halt den einen Morgen halt Der Einzige, der mir da quasi weiterhelfen kann Ja Ja Ja, müsste irgendwie auf den Preis kommen Was hast du bezahlt? Das weiß ich jetzt nimmer Immer leid Ja, dann sagen wir 500.000, passt so Ja, siehst du aber, da weißt du auf einmal, dass das mehr war Ja bestimmt war das mehr Wenn du noch eine Null dranhängst, dann komm ich vielleicht hin Keine Ahnung Ich weiß aber nicht wer das war, ich weiß diesmal nicht Sonst hätte ich den ja auch im Katalog Ja, die schau die schau die Ja, ich versuch mal eh mein Glück Boah Ich werde auf Na plus Gary wartet extra da hinten jetzt für mich Na ja, ich hab ihn doch ein bisschen versucht anzustimmen, aber das geht echt nicht Gery ist glaube ich schon dabei, was ähnliches rauszusuchen Der Motor ist nicht der Geh mal kurz mit Exel Boah, der ist ja nicht aus Da kannst du einsteigen Der kann ist auch krass Ja, die Karre ist echt krass Aber weißt du, hier musst du ja Autos testen für Bewertung, oder? Oder bin ich da falsch informiert? Da kann ich ja einsteigen Wenn du Bewerter bist, ja Genau, lasst uns mal alle die Autos Boah ich mein Display ausgefahren Boah ich mein Display ausgefahren Es ist halt kein Rennauto, das muss man dazu sagen, es ist halt eher was zum Kursen, weißt? Allein weil der von der Firma ist, ist der schon geil. Ich glaube das Problem ist, den kann der jetzt nicht fahren. Und der, Alter, da, da, den da. Ja, der Motor ist aber sick. Kannst du mal anmachen? Wie viel Zylinder hat denn der Motor? Wir können da hinten einsteigen, jetzt ist alles offen. Zwölf, zwölf Zylinder. Kannst du auch die Hupe betätigen, das ist so witzige Hupe. Kommt der LKW oder so? Nein, nein. Oh Gott! Es ist original. Es ist alles original. Ja, das ist original. Also da kriegst du einfach. Also die Hupe ist legendär. Ich höre mal vor, dass die Hupe frei verfolgt. Alter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nicht. Warum ist es jetzt in der Hupe kommt? Warum muss ich jetzt in der Hupe gewinnen lassen... Warum muss ich jetzt in der Hupe schicken? da ein schickes Ding und meine Lichter aus war ich sorry ganz das aufmachen, du kannst das aufmachen, ohne dass der Motor läuft, ne? ja, ich weiß, das hab ich ja gemacht ich bin nur eingestiegen am Laufen beim einsteigen ist es ausgerüstet aber hammerding auch von innen das ist schnuckelig oh Gott, ist das der Rechtsfahrer? ja, das ist ja auch geil auch mit dem weißen Felgen ja, Expertenkenntnis von Autos sagt, ja, das ist ein Motor ja, ein RB30 das ist eins von diesen coolen Dingen, die Leute in den ganzen Tuning-Szenen sagen ja, ja mit diesen ganzen Schleuschen und Luftfehlern und so ja, 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 ja uns Turbo der so auf 15 bar drückt ja, das ist noch ein wenig lauter ja Prozent und ich jetzt und mein Dacia kommen weil ich habe gehört dort so wie bisschen obwohl ich jetzt hier ist es nicht wohl nehmen das ist auch geil Ich bin auch überlegt, was man das hier hat. Oh Gott. Ja. Nee. Man könnte auch die R7. Ich bin auch so über den Mund so. Okay. Lass sein Audi steht ja auch hier. Also lass ich so raus schon sehen. Oh. Entschuldigung. Der ist getrun. Bing, 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 bing. Danke. Das ist schon... Das ist schon nice. Komplett muss sein wollen. Dein Schauauto. Ja, also so circa 6,5 oder sowas. Äh, Lenden muss den Auto nicht verstrecken. Kein Platz. Ach so. Der Audi ist schon cool. Ich hab sowieso keine Chance bei den ganzen Autos hier. Ja. Was kennst du? Ich hab grad gesagt, ich hab sowieso keine Chance bei den ganzen Autos hier. Ja. Was soll ich denn sagen? Ich hab da nen Standard-Audi stehen. Da hinten in der letzten Ecke. Ja. Zeig mal. Ja. Warte. Na ja. Lautes Auto. Willst du? Ja. Guck mal. Ja. Schlecht ist der auf jeden Fall nicht. Die Schellen sind auch so ziemlich neu von deinen Schläufen. Ja. Wer hat das lauteste Auto? Hihihi. Auslaufen du da auch nicht? Mhm. Nicht schlecht. Alles nagelneu. Schon mal überlegt über neue Fails? Ähm. Bis jetzt noch nicht. Aus meiner Sicht der Lauteste. Also Beratung könnte ich dir da gerne geben. Dann würden wir einmal reinfahren. Dann könnte man gucken. Sodass hier einmal mit einem von Webline-Massen ich dir ein bisschen Beratung geben. Ja. Kann man später. Mal machen. Du. Ich glaub wenn wir Ritch fragen wäre, ist jetzt auch kein Problem, dass einer mal irgendwie mit reinkommt und wir das machen. Aber das sind halt... Was ich bei dem halt geil finde, dass es die Originalen sind, ne? Die Audi. Fällen mit dem Audi-Logo. Ey, das ist unser Lieblings-Logos, ja? Ich glaub wir haben auch noch andere. Ja, habt ihr. Weiß ich. Krien? Kannst du wieder dein Auto wegfahren, weil ich muss aus dem Angriff. Den hier hat er? Ja. Schwarz. Ich hab wieder Rasse ist hier dran, ey. Ja, alles gut. Ich packe eben deine. Dann hast du wieder Platz. Ja, kannst sofort wieder hin, wenn ich weg bin. Äh, Ben. Ja, schon lange. Ich hab mal zwei, drei Tage geändert. Ja, ja. Ja, genau. Aber ich hatte auch noch zwei, zwei. Alter, was ein... Also fährt jetzt wieder gut. Alter, was ist das? Ja, nicht besonders cool, aber ganz fresh. Ich hab dir was da zukommen lassen. Ja, hast du mir doch wieder schon gezeigt. Hä? Hast du mir doch wieder schon gezeigt. Ja, ja. Das müsste äh, relativ geil funktionieren. Stellst du geile Autos hier hin und trist hier kein Schwein. Stellst du lauter Autos hier hin, kommen sie alle. Ja. Ja, ja. Aja, ich seh hier auf nen Kerl in dem Auto wohnt. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Ja... Ich kann nur ein Taxi holen, es ist auch laut. Äh, schmierig. Ist nicht schon, komm mal so mit dem Feuerwehr-Auto und mach einfach die Sirene oder Zimi, alles lautes Schaue. Hm, ich könnte was organisieren. Oh Gott, ich muss, ich muss glaub gleich den Stream ausmachen, ich hab hier so krass die Kopfschmerzen. Ja, ich auch. Ich hab hier einfach 7FB, äh, 7F-Dealer ein. Alter, wenn ihr jetzt so in der Hand kam, schmierst. Ja, das ist die Licht. Oh Gott. Ja, wenn du genug hast, Zuschauer, schick bei mir rüber einfach. Wenn du ausmachst. Wisst ihr, Kami hab ich noch nie gesehen. Ja. So, Leute. Jetzt kommt Kami, Alter. Ähm. Mein Kollege, Clan 1 und 2 ist sonst auch nicht leid. Geht zu ihm rüber. Ich hab hier leid auf den Krieg. Wir alle mit der Kreuzung fehlen. Vorsicht hinter euch, Auto. Alter. Ja, Mann. Der Hof ist so voll, Digga. Ja, der weiß ja gar nicht mehr wohin, ey. Und das ist hier kein Spoiler. Hab ich noch zu tun? Nein. Ich geh runter, was geht denn? Ich geh runter. Oooo. Der ist ja sehr normal, ey. So. Na, ist schon heftig. Ja, ist schon heftig. Gezahm, ey, Mann. Ey, jetzt was los? Das ist nicht normal, dann. Wer hab ich? Du? Welcher ist unser hellster Tangenbaum unter den FD-Fahrzeugen? Alter Dreileiter. Dreileiter? Ja. Ja, Alter. Plan? Meine, ja. Da brauchst du hier... Kein Licht mehr auskennen. Das könnte aber böse enden. Lassen wir. Du bist hier. Hi, Toro. Hallo. Frank, von hier. So, hat es gar nicht mal zu sein. Was denken Sie für Millionen zu zahlen? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist auch mein Muffet hier daneben. Ja. Der Mäu, Mäu. Der Rähnmüller steht dringend. Der Rähnmüller steht dringend. Der Rähnmüller steht dringend. Der Rähnmüller steht dringend. Und was sagen Sie für Skyline? Eigentlich gefallen nämlich alle irgendwie. Ja, ich wollte hier erstmal nur ausdrucken. Nicht? Okay, mir geht egal. Aber schön, dass es bei Ausdrucken gibt. Kann ich mal sagen. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Okay, mir geht egal. Oder könnten Sie jetzt sagen, das Auto gefällt Ihnen am besten? Aber mir ist der zu laut. Was ist der Audi? Ja. Aber der ist geil, ja. Hat was. Der ist doch der Breitbau. Du sagst, der ist ja zu kantig. Genau. Hinten finde ich den zu kantig mit dem, da unten. Aber guck mal hier mit Audi Sports und so. Ja. Alter, die FPS ballert hier so dermaßen rein. Ja, wie hast du? Hä, FPS? Zwischen 40 und 60. Ach du Scheiße. Wow. Auch hier ist keiner. Und hier kommt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja man, Alter. Ich versuch. Ich versuch schon immer dahin zu gucken, wo nicht so viel Absturz ist. Ah, Digga. Weißt du, wie viele ich gerade hab da oben? Wie viele Augen? Ja, meine zwei. 240, Digga. Wir können noch mehr machen. Komm, lass Gambo machen. Noch mehr Autos. Noch mehr Autos. Haha. Ich meine nicht, ey. Ne, weil wir gleich komplett zusammenstürzen haben. Nee, nee. Ich fuhl ja schon gar keinen. Ich hab doch schon einen wieder weggefahren. Ja, da kommen aber immer mehr. Die Leute holen alles raus. Natürlich, es kommen ja alle. Nein, es kommen immer mehr Leute. Ja, das auch. Ah, schockt, schockt. Und? Weißt du, was wir gerade machen? Ne. Wir ficken gerade. Wir versuchen, ihn gerade zu ficken. Aber wir sind erst bei 3% Auslastung. Ah, du wolltest austesten, wie weit es gehen kann? Ja. Okay. Ja. Ich bin jetzt schon nur auf teilweise 50 FPS. Ja, du musst ja nicht so viel laufen. Ja. Ja, ich hab hier auch ganz viele Sachen offen, ne? Nebenbei. Ja, ich weiß. Ich hab das Zeug gesehen. Alles gut. Guck mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Programme bloß das Spiel. Ja. Ja, ja, deswegen. Wir ficken auch schön rein. Ja. Aber schön, dass es sowas gibt. Hast du denn deine Augen gerade an? Ja. Ich hab auch gerade in der Zimmerecke was reingekloppt. Aber es ist gerade nur einer. Ja, okay. Das ist ja deine, oder? Gar kein. Das ist meiner. Ja. Sieht schon schön aus. Die Lackierung gefällt mir. Ich hab keine Ahnung. Nope. Hörst du mich? Ja. Besser sagen, keine Ahnung, daher kommt da noch eine Rechnung, Alter. Ja. Ja, der weiße Bugatti, aber das wäre unfair. Nee, ich will ja gar kein Rennen fahren. Dann geht's nicht voran mit Rennen. Wer denn? Meinen sie mich? Nee, der ist eigentlich da, aber vielleicht ist der jetzt gerade Wasser holen. Wer? Ja, ist er da, sitzt er? Doch, ich höre niemand. Hörst du mich denn? Ja, dich höre ich. Nee. Nee. Nee, er hört dich gerade nicht, die Dame. Er hört dich gerade nicht. Ja, ja, ich höre dich, aber er hat ein bisschen Hardcore gerade hier zu schaffen. Ein bisschen, ja. Nee, da bringt nichts mehr. Für ihn steht hier zu viel rum. Hast du ein Rennauto hier stehen? Ich? Ja. Ich hab nur ein Auto. Den Audi. Das ist ein A3. Ja. Aber optimiert. Ja, wenn du rennen willst, kannst du mit dem A3 auch fahren. Ja, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken, wie das da drüben gleich aussieht nachher. Plan? Ja, ich komm. Ja, die wollen den Hoflehrer kriegen. Ja. Dann ist die Straublingzylinder kaputt. Wo hat der fuck, was hat er denn gesagt? Da ist safe jemand gegen gefahren. Da ist safe jemand gegen gefahren. Excel? Fällige Zusammensturz hier. Extrasoption. Test. Excel, hörst du mich? Alter, das kotzt mich gerade an. Ich kann wieder nicht sprechen, nichts. Ähm. Ich werd ein Power-Nit machen müssen. Und hier ein paar Dateien weniger aufhaben. Aua. Ja, das ist das Problem. Das ist kurz abgekommt. Oh Mann ey. Das kann ich dichtmachen. Dich kann ich dichtmachen. Dich kann ich dichtmachen. Different things go up. Das ist ein Ding. Wir sind die Feuerwehr. Und einmal ab durch den Boden. Hört ihr mich wieder? Ja, oder wo wir hinten waren, dass die Leute da abgedreht sind. Ja, weil du hattest deine Motorhaube doch auch auf. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das ist krank. Du auch, Leute. Ja, bei mir ist aber 85, das geht noch. Ja. Ja. Ja, da hinten bin ich 40 bis 60. Dann macht ihr euch hier Wahnsinn. Aber ich habe auch streamen und sowas laufen. Ja, hier ist bloß die Aufnahme. Ja. Ja, da sind auch nur ein bis zwei Leute im Moment gerade. Warte. Sind die noch gerade sauber? Das sah mal an. Ja. 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 Ja, das geht nicht. Ja. 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 Das ist schon hart, Alter. Ich dachte schon, ich habe Probleme. Aber ich sage dir, wie es ist. Hinten kickt es aber schon richtig, ne? Ja. Hinten ist krank, ja. Es ist recht, ich habe Augen an. Das ist noch schlimmer. Also ich habe, äh, betroffen mit 20, 60 drin, Alter. Und das kickt von richtig. Ja, ich habe eine 20, 70 super. Ja, das ist schon echt krank, Alter. Das ist halt ein Kick. Ja. Wenn du hier vorne bist, hast du 8. Und wenn da hinten bist, Alter, bin ich bei 30, Alter. Ja, hier bin ich bei 60. Ja, ich bin da hinten. Ich bin da hinten. Das ist alles in 13. Boah, Alter. Kannst du ja gar nicht bewegen. Für die Tür da mal voll. Das war mir nicht mehr rum, aber auch nicht. Was ist jetzt Phase? Was heißt bei dem... Nix? Was ist jetzt Fender? Ach, Mann. Kann ich mehr. Ja, ist gut. Ja. Ja. Warum läuft der immer gegen das Auto? Was wird das? Ha. Kann kaputt machen. Ja. So. Lauf nicht immer gegen das Auto. Machst du den noch kaputt? Also wirklich, das... Also das hätte ich mir wirklich nicht gedacht, so was existiert. Der ist, glaube ich, sogar mit Mono aber zu spät so. Ja, das habe ich jetzt auch. Also... Sonne, die Farbe, Alter. Üff! Also das ist wirklich... Üff die Farbe. Äh, wo ist der Bürgermeister? Wo ist Axel? Wo ist den rumfahren? Doch, Alter. Das ist unser Fahrzeug. Das sieht geil aus. Jungs, alles gut. Alles gut. Das Fahrzeug, ähm... Kann man nicht kaufen. Nein, nein, aber damit soll der Bürgermeister rumfahren. Nein, nein, nein. Kommen Sie rein, wir müssen feiern fahren. Der Bürgermeister hat andere nicht schön vorne. Ja, das war eigentlich hier, aber warum fahrt der Bürgermeister nicht mit denen? Mhm. Schließ mal die Autos ab. Weil der Bürgermeister das Biest hat. Beide. Genau. Auf geht, das sieht schon geil aus, nur. Das sieht schon geil aus. Oh! Die Fel... Über die Felgen, was sind das für Felgen? Hä, was soll das denn denn? Hä, was soll das? Boah, sogar mit dem Ding da vorne dran. Weil ständig irgendwelche Leute ein- und aussteigen. Ja, kann sie ja alles gut. So lange nicht geklaut wird, dafür ist ja... Mein Hartmann hier. Ja, stimmt. Kann ich... Kann ich die... Nee, da gehört nun. Ja, schade. Da müssen Sie zum Feuer die Fahrt rücken. Hartmann, eine Sache kann ich dir schon mal sagen, ja? Ja. Du kannst safe... Willst du mal die City testen? Ja, wenn ich darf, gerne. Ja, wenn ich darf, gerne. Dann muss ich mir nämlich schon besser rausziehen. Boah! Oh mein Gott! Muss man nach hinten steigen. Boah, vorne ist aber... Ja, vorne geht. Muss da jemand vorne einsteigen oder was? Hm... Ist egal. Einfach die City testen. Ist nicht so gemütlich, Alter. Ja, super. Aber der Fahrer sitzt am Geist. Alles zu kurz warten. Vor allem, das ist echtes Biest. Ja, ich steig ein und dann kurz warten. Kann ich mal zu einsteigen. Also jetzt einsteigen. Ja. Hä? Ich krieg zu viel. Ja, wahrscheinlich liegt das daran, dass so viel los ist. Jetzt. Oh, das... Alter, die Sitze sind so bequem. Jetzt. Boah, setz dich mal nach hinten. Jetzt schalten wir halt die Massagefunktion an. Äh... Äh... Ich merk's. Aber ich sitz irgendwie... In der Mitte bist du. In der Mitte bist du. Die Massage. Achso! Ja, das ist geil. Ich hab immer gedacht, das gibt... Ist das so wie in der richtige Limousine? Ey, wie ist das denn hier zu machen? Das ist die andere. Oh. Die andere hat Quersitze. Oh. Oh. Der vergesse es. Er steht für Reis. Gute Nacht, Frank. Ihr könnt doch mal ne Runde nach hinten gucken. Frank, müssen wir schon schlafen? Ja, ich glaub ich kann mein Openage wollen, oder? Ich werd das aufsehen. Was denn? Weil ich hab nur noch vor 50 Tagen oder so. Können wir gerne mal hingehen. Wie ist das denn mit nem Rennen abgeklärt? Ist da... Ist immer 2 gegen... Also 1 gegen 1, oder? Jaja. Ja, dann würd ich sogar mit... Wenn da jemand auch mit nem Mittelklasse ist, mit nem RS3 anfangen. Ich weiß ja nicht, was da für Autos antreten. Hast du mehr Sitzplätze, weißt du? Ja. Und ähm... Alle, die am Renn... Die am Rennteil nehmen wollen, mit ihren Autos gern nach vorne? Gut, ich krieg's mit dem Polizeiauto. Ich hol... Ach, fuck off. Ich hol mein. Scheißegal. Nico, komm. Ich... Scheißegal, ich mach's mit mein Dreier. Du warst mit dem Dreier? Ja? Axel, du stehst ein bisschen im Weg. Magst du deinen Wagen kurz nen Tick zur Seite fahren? Ja, komm. Ich lass mich gleich mal verblasen. Das ist doch, wie ein R8 wird, ey. Soll ich mit dem R8 antreten? Kannst du auch, ist mir egal. Wenn du mit deinen antreten willst, trete mit deinen an. Dann kannst du auch mit meinen antreten. Ist mir egal, Wayne. Tret du doch auch mit deinem an. Nee, bitte ich nicht. Hab keine Lust. Ja, okay. Fahr mit den und fertig, ey. Ach. Ach. Was? 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 Wo soll ich mich aufstellen? Genau, stellt euch hier Spiegelverkehr zu denen hier rechts auf. An der Mittellinie. Äh, äh. Erstmal? Also so mit in der Reihe. Ja, eigentlich so, so, so wie, so wie die da rechts stehen, nur Spiegelverkehr an die, an die Mittellinie. Also mit der F2D. So. Ja, von mir aus auch so. Ach, Spiegelverkehr, so meinst du. Ja. So. Jetzt hab ich vor sichere Seiten gefangen. Jetzt will ich so wieder auch nahehen. Ja. Ja. So. Alter, Excel, ich bin bei deinem Auto glaubt. Bin ich da schon mal gefahren? Ja, ich bin aus dem König, ey. Keinmal leider. Glaubt schon, doch. Sollen diese beiden Fahrzeuge auch an Rennen teilnehmen? Ja. Äh, dann stell die Maske da hinten so schräg. Achso, mir wurde grad gesagt, wir sollen die so hinstellen, Spiegelverkehrt. Achso, ja, dann ist auch okay, wenn das einer gesagt hat von Redline. Ja. Okay, super. Wollen wir jetzt hier zum Quatschen hier? Oder wollen wir mal den Weg fahren, doch? Äh. Ja, auch ein Porsche. Echt, ey. Oh, entschuldigung. Warte, mach. Cool. Machen wir das mit... Nach Fahrzeugen oder mit Namen? Ja. Wer alles teilnimmt. Wer alles teilnimmt. Einen gegen einen. Zwei gegen zwei wäre mit sich. Uiuiui. Uiuiui. Weil ich auch nur starten muss mit meinem Motorrad. Für den Motorrad... Hast du denn schon jemanden, der gegen dich fährt mit deinem Motorrad? Ja. Wer wird denn gegen meinen Porsche GT3 RS fahren? Du guck mal eben nach einem mit Motorrad, der mitfährt. Guck mal mit. Ist einer von euch mit dem Motorrad, der Rennen fahren will? Gegen Gary? Warte, ich hab. Wo ist denn euer einer mit dem Motorrad? Pfff. Nein, alles. Okay, guck mal. Sehr gut. Alles. Pennen gegangen. Ein sehr schöner... War das Maia mit dem Motorrad? Ja. Ah, dann ist der nicht mehr da. Jo. Ist der Pennen gegangen oder was? Frank ist Pennen gegangen. Ja. Hab ihr ein Motorrad? Nee. Kennt ihr jemanden im Motorrad? Nee. Meinen Sie das Bude? Hm. Ja. Wer hat ja schlafen gegangen? Ja, wir bräuchten nämlich nur einen mit dem Motorrad, der gegen ihn fährt. Dann soll er halt gegen ein Auto fahren. Ich hab ein kleiner Roller, aber ich darf nicht. Das kannst du ausprobieren. Wenn er raus ist, dann seh die doch. Wenn er mit dem Er... Äh, sonst hast du noch ein Auto. Dann mach ich jetzt noch nicht alles mit dem Motorrad. Wenn er weiter rum sagt, geh ich ruhig die Bolide raus. Bitte Gary? Ja, dann bring dein Motorrad fährt dann wohl dein Auto. Ich hab ein Auto. Oh, du musst zweimal enttreten. Ich hab jetzt hier die Taschen am Beton. Dann holen wir dir eben ein Auto raus. Oder ist dein Motorrad automatisiert? Ich hab ein Auto. Ist dein Motorrad offen? Nee, das ist so. Dann parke ich das mal ein. Ja, dann machen wir eben auch. Dann bringen wir das eben hin und vor in dein Auto. Mir fällt noch was ein. Der Verlierer gibt sein Auto ab. Ja, Marsch. Komm, machen wir diesen, Alter. Nein. Das müsst ihr unter der Deck werden. Ja, das machen wir ja dann auch. Fahren wir noch zusätzlich um Fahrzeugpapier rum, um da noch ein bisschen Kitzel reinzukriegen. Kann ich mit dem... Kann ich mit dem Unternehmen machen. Ja. Warte, mit welchen willst du fahren, Morat? Mit dem? Mit dem weißt du? Ja, ja. Wie schnell fährt der? Ich weiß halt auch nicht, wie der fährt, deswegen. Das ist das Problem. 408 Spitze. Ja, okay, das geht eigentlich noch. Wie schnell schnell liegt der, ist die Frage. Der fährt keine 408 Spitze. Nee. Nein. Der fährt viel mehr. Mit deinem Spezial-Tuning fährt der mehr. Nein. Ich bin das... Ich bin das Auto heute gefahren und es fährt auf jeden Fall keine 408, sondern mehr. Ja, mehr. Deswegen... Die Spitze, wo ich mit gefahren bin, waren 408. Das Ding ist halt, diese Hilfsgeschwindigkeit ist sehr scheißegal. Eher Beschneunigung, weil die werden ja in den Kuchen fahren. Ja, genau so ist es. Deswegen Beschneunigung. Ja. Ja. War dein Audi... War mein Audi schneller eine Beschneunigung als deine? Ich weiß nicht. Wieso? Ja, das kommt... Was kommt die doch mit... Weil... Weil... Ich glaube, die Strecke ist gar nicht so lang, ne? Ach, die ist von da vorne bis hier nur, oder was? Ich weiß es nicht. Ja, dann... Äh... Die können doch nicht einfach... Äh... Wie weit... Wie weit ist die Strecke eigentlich? Darf man das fragen? Dann musst du von hier gucken, guck um die Ecke. Ich dachte schon, dass das ist ein kleines Stück, weil dann wär ich mit meinem kleinen Audi gefahren. Das ist wieder nur das grüne Licht. Ja. Das ist das Ziel. Ja, okay. Ab da würde ich dann aber auch direkt bremsen. Weil dahinten ist eine Mauer. Mhm. Da solltest du nicht unbedingt reinfahren. Mhm. Genau. Und ihr verliert ja auch nichts, wenn ihr fahrt. Ihr könnt... Es kann halt... Es kann halt nur einer was gewinnen. Ja. Ja. Ja, ich fahr sowieso. Ich fahr ja nicht mehr mein eigenes Auto. Weil... Ja, und es ist eins gegen eins. Und ich färge da gerade auch mal kurz was ab mit John. Und dann geht das gleich los. Ich muss ja Axel sein fahren. Axel traut sich nicht zu fahren. Solltest du gewinnen, willst das Auto aber an dich gehen, ne? Ja. Gut. Dann dürfen wir mal kurz mit John schnacken. Jo. Es geht halt darum, welches Auto es ist. Ist ein gutes Stück. Wo... Wo... Wo ist das denn hin? Ja. Die komplette Strecke entlang. Na gut. Warte. Komm mit. Äh. Welche Strecke geht's? Genau. Siehst du das grüne Licht da hinten? Und das blaue? Ganz am Ende? Oh ja. Da hinten. Kai lieber mit deinem fahren glaube ich. Also welche Strecke? Hier geradeaus durch. Bisschen grün und blauen Licht. Ach. Das ist alles? Ah. Da wo alles weiß im Kitz ist. Dann fährten wir vorher probieren müssen welcher schneller ist. Deine oder meine. Auf so ne kurze Strecke. Das Ding ist. Also um Fahrzeugpapiere will ich nicht unbedingt fahren. Musst du doch nicht. Hä? Wer sagt das denn? Das ist ja nur ein Vorschlag gewesen von denen. Ah. Das können die untereinander machen. Genau. Das ist ja nicht um meine Fahrzeugpapiere fahren. Die scheiß Ding haben 15 Mio gekostet. Hallo? Ich meine es gibt Leute die können sich das leisten. Und es gibt so Leute die... Entschuldigung. Die sich das nicht passen können. Ja. Alle die fahren einmal bitte mitkommen. Du fährst auch? Du fährst auch? Ja. Ihr fahrt alle? Ja. Nachdem keiner Motorrad hat habe ich jetzt ein Auto. Achso. Ach. Warte dir. Nachdem. Wenn ihr schon ein Agera auspackt dann nehme ich halt auch was schneller. Ja. Klar. Ist das nicht dieser Asanti? Was soll ich denn sagen? Nein. Ich muss mein Auto leihen. Nein. 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 Deswegen habe ich ja auch nur die Mercedes GT hier. Der ist ja auch nicht so gerade. Wird das alle fahren? Ich habe mal Audi A3. Achso ja. Ja. Wird ja eigentlich nicht mein schnellstes auspacken. Aber das andere machen sie mit. Nein. Deswegen mein schnellstes habe ich auch nicht ausgepackt. Aber das hat erarbeitet Gary. Das Auto was ich habe. No front. Aber der ist jetzt glaube ich viel viel teurer geworden. Ja. Der Königseck. Ja Agera. Ich habe 8 Mille reingesteckt und der fährt trotzdem genauso langsam wie davor. So safe. Nein. Also nur in den Turbo. Ich glaube der fährt schon 20 km mehr und die Beschneidigung ist besser. Einfach eine lahme Tuntik-Kack-Karre. 380 ist gut. Ich kann nur eins sagen. Mein Auto ist komplett ungetiunt. Aber ich lasse hier nächste Woche anpassen. Ich habe schon lange gesprochen. Hörbomig wieder. Guck grad rein. Also so langsam ist es eigentlich. Alle Fahrer da? Ja ich mein schon. Ja. Achso. Ne fahren wir. Wie viele Leute haben wir denn hier? Die Arme heben die wirklich fahren. Hoi. Hoi. Deswegen das bringt er nichts. Ich weiß nicht dass er halt ausfricht. Hä? Der hinter mir fährt auch. Oder nicht? Ich bin Beifer. Hast du nicht gesagt du fährst? Nö ne. Ich bin Beifer. Achso. Ne ne. Okay 6. 6. 4. Ist er schnell gegloppt. Also ne die Schrecke seht ihr ja. Hier oben ist die Stadtlinie und ist die Ziellinie bei den beiden R-Team. Ja. Ja. Ron wird sich dann unten gleich an der Ziellinie stellen? Ja. Ja. Ja da kommen Abfahrt oder sind wir zum Quaken hier? Ich muss gehen. Und vielleicht könnte einer von dem Kopf Ja kann ich auch. Und der Startsignale geben? Ja. Oha. Ich bin ja morgen. Nico. Ja. Das war's. Ihr müsst uns anfeuern. Ihr müsst uns anfeuern. Ha. 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 Vorrunde ist erstmal eins gegen eins. Da da. Ne. Denkt dran sucht euch euren Gegner. Es ist erstmal nur ein eins gegen eins. Ey. Werden wir gegen mich fahren? Ich nicht. Ich nehme klar. Ha. 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 Wir fahren gegen Land. Ich weiß nicht ob ich eine Chance habe. Ok. Es hat schon mal die Leute mich nicht aufgefahren. Ha. Ha. Werden wir gegen den Angera fahren? Ha. Wirst du gegen den Angera fahren? Ha. 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 Können wir nicht. Forscher gehen. Forscher gehen. Da hinten ist... Da hinten ist doch noch... Da hinten ist doch noch ein Einzelner. Ja. Geh. Da hinten will keine Erfahrung. Ja. Komm. Gary. Da vorne steht einer der in deiner Größe ist. Sein Name ist Murat Atatürk. So. Die die fahren wollen gehen. Ja. So. Einer steht bereit. Eins. Komm Clan. Clan. Felt sich Mike? Positiv. Geiler Faktor. Muss ich mal angucken. Bei Clan. Ich mache so irgendwie durch. Ex-Warsch in Blau. Bei Audi R8. Sauber Clan. Du bist bereit unseren Stab zu fressen. Der Drive-File Shooting ist ja erlaubt. Siehst du ob die schon... Ja die sind durch. So. Wäre du dich schon mal bereit? Okay. So. Ich wünsche den Audi Fahrer und den Porsche Fahrer viel Glück. Wenn der Schuss füllt. Geht das Rennen los. Also. Drei. Zwei. Eins. Los. Zwei. Tjoh. Lauf. ich sag jetzt viel zu kurz um zu rampen wir müssen um zu fahren habe ich nicht Junge wo hast du deine Bremse? wieso fährst du mir in den Hacken rein, Alter? weil hier der Durchgang ist ich hasse es dieses Kacktien-Speak, ne? das ist dein Problem, nicht mein Problem so, wieder da was ist los? ey ähm, aber wenn du bremst, musst du aufpassen das ist viel zu kurze Strecke echt? ja ey Jiggs was ist denn los? ich hab grad nichts gehört nee, ich hab gefragt, wer gewonnen hat ich? easy, aber der Dully ist mir hinten reingefahren ey Jiggs, der sagt, er möchte das neu machen, weil er den Start verkackt hat aber ich bin nicht dabei haha naja, warum auch das ist ja nicht mein Problem, oder? ich bin gleich wieder bei jo gibt's Reparaturen? gibt's Reparaturen gratis? hola senora na? du Dully, Alter fährt denn mal einfach hinten rein, da gute, gute Fahrt, mein Freund ja, was? eri ich leid, du verriegst, weil der Feuerwehr ist nicht mehr wie mir man kann bei dem leider ich kann bei dem nicht ganz so runterfahren ich wünsche viel Erfolg wie lange kennst du mich? ja so, hier vom Audi, ne? ja ja ach, das ist der Herr Klen, der Heizer ja, ist doch nicht schlimm, Digga wir fahren halt in Papiere, entspann dich mal ich hab mal ne Frage äh, scheidet der Verlierer aus, ja, ne? ja ich hab' eins und Porsche ja ich hab' eins ja name äh, die, die Bremsstrecke ist viel zu kurz, Alter name Mike, Scott ja ja gut dann hatten wir die randstrecke ist ein bisschen kurz ein bisschen eng kann das sein ich muss tun ich glaube da hätte ich da hätte ich ihn sogar mit meinem od abgezogen john logan gefahren ok ich hab sein kuppenvisier ich knall nach und startet bau vor Ort vor Ort das aber ich muss beim 10 sparen in der oder weil sie rennen fahren oder doch Kaffee und Kuchen wohnen über die Spbahnen das Impfen auch kann man den Führerschein wegnehmen das aber gehen doch es ist ganz gut bimimi, weil im Aemond ruft kreis also du bist heute, heute ist echt schlimm mit dir ja ich bin müde genau die Bremsleitung entlösen den Kraftstoff heranfragen wollen aber kannst du mir mein Aufkurt reparieren bitte Halt's Maul, Alter, du kannst mir meinen Schwanz lutschen, Junge ich hab gesehen, wie langsam zack, mein dick, Bitch der fällt immer rückwärts, weißt du? nein, ich glaub sogar rückwärts würdest du vielleicht danke, ich würde sagen, sie müssen ein sehr guter Mechaniker deswegen, ich muss diese Karte lang, ist doch bloß optik die wollen doch schon wieder um Papiere da vorne fahren, oder? ja oh man ich muss dich einmal reinsetzen, der Seemann ist kaputt ach, geradeaus fahren kann jeder wenn, dann müssen wir da hier nach Belgien ja, das ist finde ich aber nur Autobahn, bitte ja, und auch mit Schießen und so, ne? dann muss ich mich auf das Auto erst anfahren Bremse, Alter, der geht so in die Anker, der liegt im Fallschirm raus Alessandro? ja einmal bitte an die Ziellinie John Logan Rosa warum muss ich jetzt nochmal gegen ihn fahren? ich hab gewonnen, 1A äh, John Logan, Entschuldigung, Clan Heidler, mein Fehler auch an die Ziellinie ja das wird hart, Leute ach egal ey mein Freund, willst du wirklich antreten? willst du wirklich antreten? es zählt das gleiche, wie gerade eben wartet du wartest, bis ich da hinten bin? ja ja, gib Gas warten wir kurz auf der Hände? das haben wir nicht gut die gleichen Regeln, wie gerade eben wenn der Schuss fällt, gebt ihr Gas 3 2 1 los fuck, ich hab den Start verkackt ich hab den Start verkackt, Leute ansonsten hätte ich ihn sogar gezogen ich hab den Start so in der Maße verkackt ich hab den Start so in der Maße verkackt ab eine Startinie Alessandro du bist zumindest bei Pro-Wurren ich komm mal da so ein bisschen aber selbst positiv, ich verkauf den Wagen sogar ja, ja, ja für wie viel verkaufst du den Wagen? 35 also 35, oder? ok hey mhm 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 ok weißt du, willst du ihn tauschen? vielleicht gegen ein Feuerwehr-Auto ach du einen? hab ich den Linder? oder hast du dich so falsch geschluckt? oder was hat passiert? so ein Feuerwehr-Auto ist sehr cool kann man damit sehr gut Drogen transportieren ich spreche aus der Farbe ich hab dich Kuckolade aber war trotzdem cool von dir ah sorry hey Gary hey Gary, trotzdem gut gefahren, ja? hey Gary, trotzdem gut gefahren, ja? Fridzi? ja hi, ich hab gewonnen äh, Alessandro hat gewonnen bei mir auch, danke bei mir auch, danke auch im Hinterreifen, Alter das ist erfolgreich ja, der Italy ist auch schön, doch ja ja oh, der hat was können wir das vielleicht mal so machen dass Porsche gegen Porsche fährt? oh ja muss ich jetzt eigentlich wieder in die Startlinie? also der, der Gewinner der Gewinner für das Auto ist ermittelt und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne so doch bitte Justro von eurem Rennhof ich will nochmal gegen dich fahren ich hab meinen Start so dermaßen verkackt warte mal, der Gewinner ist jetzt schon ermittelt ja ja wird, ich werd aber später bekannt gegeben aber wir beide fahren nochmal warte mal hä? einmal bitte an die Ziellinie Lern ist jetzt aus nochmal Testfahrt Porsche fäng mich ja nicht vor, ne? ja, gegen den, ja, einen hab ich gerade voll verkackt weil ich meinen Start verkackt hab ja, alles gut Schlimmeres, ne? aber seitdem bin ich noch nicht wieder gefahren ich weiß nicht wer irgendwie Porsche gegen Porsche hab ich gehört oh, ah aber der Gewinner steht schon fest, hab ich gehört ja, ja ja, war doch klar, oder? er will fahren gleich nochmal, keine Sache ja, aber aber gegen den ich gerade verloren hab, gegen den will ich nochmal fahren gegen den König, ne? ja ja ich weiß jetzt mal auf, wenn's das baffeln ich will da kurz was klären naja da bekommt jemand einen Discord-Anruf ah oh, so sieht die hier bestellen ein oh, so sieht die hier weil der schweißt okay komm komm, wir fahren gut ich mach mal zu viel Startseite oh, wow na, da bin ich wieder oh, wow na, da bin ich wieder oh, wow so, bitte kurz warten ja ja, wir wollen nochmal n hä? ja, wir wollen nochmal ich hatte so'n Katsch wir machen nur Spaßrennen gerade der Gewinner steht ja fest alles gut ja, ist ja alles gut hauptsache ihr habt Spaß klar ich glaub, wir brauchen die Strecke dahinten erstmal okay das gleiche nach hinten äh, ganz kurz, bitte haben wir hinten einen Unfall gehabt ah ja, warte, komm, lass mal hin von der erste Hilfe, oder? äh mit ne... machen wir mit ne Rennen oh, das war anders jetzt ey, rennt schon, alter okay ey, Jungs geht's euch gut? ja, ich hab nichts gesehen gar nichts ich hab nur gesehen bitte aktivieren sie Soltyschat aaaaah wurden wir weggeballert uiuiui ja, gut er kommt ja, jetzt ne ja, ich hab nichts gesehen ne 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 n ne 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 du bist ja früher als ich los als echt schwerer ging als fand ich gleich mit meinem auto mal fahren sind das ist hoops wo ist der porsche oder wer fährt so, will der Chef noch von uns beim Rennen haben? Ja mal gucken, wenn der Gewinner bekannt nehmen wird Vorrat noch öfters gefahren? Ne, der ist noch einmal gefahren, ne? Dass jetzt halt einfach so repariert wird, ohne Frost Achso Aber wenn wir trotzdem nochmal neu Bei Gary hab ich glaube ich abgezogen, der war Platz 2 Oder Platz 1 zu dem Zeitpunkt, ich glaube Wenn du Bock hast Ja, dann schauen wir was für die Sportbahn gibt, ne? Hm? Ja, wir können das mal hinfahren, ja Ja, dann müsste er noch vielleicht mal ein Rennen Aufschmerzen Geben Porsche würde ich auch noch eine Runde ziehen Ja, ok Oh, der ist ja, der ist ja, der ist ja, der ist ja Ich bin der will noch einmal, ja Ich würde auch gegen einen von euch gerne Ich bin dann von Dreier rennt, Mann Dreier rennt? Also was für mich Schlag ihm das vor, ich komme dazu Ich komme einfach jetzt Zu viert, oder was? Alle vier Ich habe alle abgezogen Ja, was? Ja, was? Ich glaube, ich bekomme die Weißkopf heilig. Junge. Das Rapparieren geht auf deinen Nacken. Kollege Spell, Mathias. Das Rapparieren geht aber auf deinen Nacken, ne? Ja, ich wollte gerade nur einparken, leider. Das Rapparieren geht auf deinen Nacken. Ja, direkt nicht von da, du kommst mir hinten. Ja, ich war am einparken, mein Freund. Und wie findest du ihn, Sophia? Ja, ist auf jeden Fall gut. Tut mir leid, dass da einer reingefahren ist, aber ist auch ein guter Auto. Mach dir mal eben los. Ich find für die Witzige, so ein kleiner Audi hat erstmal Porsche versiegelt. Das ist nicht schlecht. Zum bisschen ein. Bei uns weiß ich nicht, wer von CS da war. Dafür ist so ein Treffen auch da. Ja, klar. Deswegen hab ich ja mit Rich besprochen gehabt, dass man sowas mal macht. Ja. Ja. Also Enrico. Oh oh. Das nächste mal wäre ne 3-2-1, äh, ganz lustig, weil... Ja. Ja, du musst doch nicht mehr lauter reden. Ich bin eigentlich der hier, der schießt. Ja. Wollt ihr nochmal gegeneinander, oder was? Willst du nochmal? Äh... Will jetzt, will jetzt einer von euch nochmal? Einfach just for fun, ohne Wetten, ohne nix. Das war mir die 8. Mütte wert, weißt du? Ja, komm wir beide. Jo. Ja, okay. Dann hol ich jemand. Ihr geht zum TV hier. Ich mach schon, alles gut. Also Jungs, das gleiche ich gerade in, ne? Jo. Dann schiebe ich bloß. 3, 2, 1, bloß. Jetzt einfach die bessere Beschleunigung. Die ist geil, oder? Die ist geil, oder? Ja, die ist geil. Hi, komm mal hier bitte. Herr Wank. Leitstellen. Dings Aufruf. Und? Ja, richtig. Ich hab immer hier so Probleme, ey. Will ich, will ich für 4 sein, Axel? Ja. So, wurde irgendwas gesagt, hat irgendwas verpasst, ich erinnere. Nein. Ähm, Kirby? Ich hätt mal doch mit meinem Audi antreten können. Ich hab sogar die beiden Porsche abgesäbelt. Mit Lampen antreten oder bei mir. Axel? Okay, machen wir. Ja. Ja, was wirst du von mir? Und von mir? Jo, jo. Ja, was denn? Geht dann los, geht dann los. Oha. Mike Smart ist schon hier. Klein Heidlauch. Oha. Ja. Oder ich schwerf die Lager in den Bug an, dass die ein anderer Kollege noch eine Porto haben will. Ja. Ich bin da. Hast jetzt extra die Karre gewechselt, das ist gemein. Gut. John Logan und Mike Scott, ihr müsst noch einmal gegeneinander fahren. Aber wenn die Autos bitte in der Karre gefahren seid. Ja, ja. Genau. Ich hab gerade nur geguckt während dem Elever. Ich hole den Porsche wieder raus. Ja, dann ihr beide einmal bitte an die Startlinie. Wie Alessandro, hast du verloren? Äh, keine Ahnung wer jetzt. Ich weiß nicht, wer hat der erste, der zweite, wer muss jetzt noch mal fahren? Keine Ahnung. Mike Scott gegen Logan irgendwie. Was für Plätze sind denn die? Weiß ja nicht, keine Ahnung. Weiß nicht, ob der erste und zweite ist, ich weiß ehrlich nicht. Ich weiß nicht, oder hast du noch was verpasst? Hä? Was von was hast? Was hab ich denn verpasst? Hey, hab mal, hab mal. Ich hab hier vorne getanzt. Oh, ohne mich getanzt? Ja, Leid. Sag mal, das kannst du dir, das kannst du da nicht machen. Oh, Exen muss den anderen Audi wiederholen? Aber ey, ich hab einfach so mal getanzt. Was klein? Muss ich den anderen Audi wiederholen? Jetzt muss ich mir noch was besser in Ruhe zeigen. Was, welchen anderen Audi? Dein. Was damit? Der steht wieder hinten. Der steht wieder hinten. Der hab ich schon. Warum sind wir nicht gefahren? Brauchen wir den noch? Das check ich nicht gerade. Glaub nicht, ne? Ich auch nicht. Das ist egal. Ah. Ich weiß jetzt, ich hab jetzt, ich glaub ich hab drei oder vier Autos überholt. Mich hat das ja auf jeden Fall. Und dann kam die Nacht, nachdem ich gefahren bin. Ja, dann bin ich schon fest. Ja, wo wir beide gegeneinander gefahren sind. Ich glaub, der ist ein bisschen zu okay. Bei mir war ein bisschen knapp. Ich glaube, hätte ich meinen Turbo nicht gemacht, hätte Gary mich 1 zu 1 abgezogen. Wie der Meinung bin ich. Vielleicht ist Gary auch einfach nur vom Gas gegangen. Äh, was war los? Was war los? Hat die Beschleunigung aufgegeben? Ne, der Start. Ja, so wie bei mir. Er sagt immer Start. Man muss gefasst sein. Warum hab ich auch schon rausgegeben? Verlierst du auch zum gegen alten S3? Ne. Warte mal, warum? Ich hab mich grad schon gewundert. Wer fährt meine Karre, Alter? Oder meine Karre? Würdest deine Karre ficken können? Ähm, Pedersen, wenn du nochmal Schuss hinten holst, sag Bescheid. Ich hab die Taschnampe mit meinem Auto. Und, äh, hat man das da gefahren? Wer hat mich schon auf die Lüs-Aktion noch anfallen? Wenn du nochmal nach Schuss hinten holst und würdest, sag Bescheid, dann hast du nämlich die Taschnampe direkt an. Warten, ob ich Tune den? Weil ich grad drei, ne, vier Stücke noch im Auto hab. Ja, okay. Aber ne, ich muss den noch tunen, dann hätte ich eher gewonnen. Gut, hart. Danke. Aber ich muss ehrlich sagen, die Lenkung an den Fahrzeug ist richtig beschrieben. Äh, ist nur am Anfang. Ist nur am Anfang, das ist wie bei dem Bugatti, der überdreht sich einfach. Ja, der geht ziemlich, äh... Ja, zu viel Kraft. Ja, lass doch mal gegen Hand auf. Geht weiter? Der hält dein Audi. Ja, einfach nur Spaßes halber. Der holt ja. Ich kann nicht mal ein Audi. Ich hab nicht mal ein Audi. Nein. Jetzt will ich mit dir rennen machen. Mit dem Justin. steh. Ich hab den mit dir rennen machen? Exz den mit mir. Wow. Ich hab das was für mich halten. Hast du noch mal? Drei, zwei, eins, go! Gelände zieht sich auf jeden Fall ab. Warte ich muss gerade stehen so. Drei, drei, zwei, eins, go! Drei, drei, zwei, eins, go! Du! Und wer hat gewonnen? Ich! Ich! Da, 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 da! Der Uli geht ab, oder? Ja, der ist geil dabei, da hast du jetzt den Nebst, den Akku kackt ab. Ja. Der rutscht in den ersten, äh, Gang, dreht er die ganze Zeit erst durch. Und dann in den zweiten kommt er erst voran und in den dritten bescheiden wir erst. Ja. Nee, ich hab gesagt, äh... Was war da los? Äh... Da der, da der Kollege meinte eher quer zu fahren, statt geradeaus. Was soll ich sagen, der ist quer gefahren die ganze Zeit. Ich hab vorgesst... Ja, kommt drauf an. Der Audi, mein Audi zieht sogar den, was? Wett? Boah, Digga. Das heißt, die Karre ist da auch gut, ich behalte ihn. Musst ihr den Audi holen? Ah, ja, alter den, aber... Also, es ist was wert, dass ich mir die Karre zuschaut gefahren hab, aber es hat Spaß gemacht. Ja, wer will nochmal gegen Audi gewinnen? Verlieren? Verlieren? Ich hab bis jetzt alle abgezogen. Der Rack gegen dein Audi? Ernsthaft? Ja. Ja, komm. Glenn, soll ich mal den Rack gegen dein Audi? Ja, hol raus. Der, der steht hinten. Steht da hinten? Ja. Okay, das ist meine Freundin, mein Freund. Also, die Porsche und den Lambo hab ich abgezogen. Ich hab den eben auch in der Ende einholfen. Okay, ich zähle nicht runter, ich werde den Schuss direkt abziehen. Ja. Okay. Verloren. Karte. Die Kabelbelle ist krank. Boah, eigentlich kann man sie nicht sehen. Komm herunter, komm herunter. Ja, der Audi ist krank, oder? Ja, der ist nicht, muss ich ja alles sagen. Du warst jetzt der erste, wo ich verloren hab. Ja, das muss mir doch vollziehen. Ja, ich dachte mir schon, ich dachte mir schon, ich hab das verloren, also wirklich jetzt. Nein, nein, nein. Also ich dachte mir schon. Aber ich war schon gut, da war gut, da war gut, ich war direkt hinter dir. Ja, da war nichts. nicht schlecht. Ist der vollgetuned? Ja. Der war nicht schlecht. Also den Lambo davon habe ich abgezogen und der ist volltuned. Ich muss meine Karre auch volltunen lassen, ehrlich. Brauchst du ein bisschen Kredit? Nee, Bruder, ich habe glaube ich viel mehr Geld als du denkst. Oh, da ist mein nächster Gegner. Wie viel hast du? Klar, komm mal ran mit der Audi. Komme. Jetzt müssen wir ein bisschen was abgehen. Der war nicht schlecht bei einem. Das wird doch nicht. Das ist ein bisschen eng. Drei, zwei, eins, go. Hier schauen wir es dir. Ähm... Ist ja was du denn, wer du da machst? Alter, da hast du mehr Glück als der Stand gerade eben. Ja, der Bordstein, der hat mich gerade zerrissen. Jetzt habe ich den Auto von der Eichsel schon wieder weggehauen. Die sehen wir mal so, guten Flug. Soll ich mal jemanden von Redline über das Auto hier gucken lassen? Ja. Alles klar, ich informiere mal jemanden. Ja, ich fahre den vorsichtig rüber. Halt es klar. Hier, hier, da war ich jetzt drin, da war ich jetzt. Ey, da gehen wir nicht so hier. Du fährst nach vorne und dann nach mit dem, äh, zu linken. Ich bräuchte einmal Hilfe, mich hat es gerade zerrissen. Frag dein Auto hier auf dem Parkplatz. Ja. Ja, ich glaube, er macht schon. Ja, zu spät, egal. Alles gut. Aber danach kannst du trotzdem hier aufpacken. Ja, Mario. Wollen wir mal einen Schlüssel auch mal weg? Geht ihr am besten hier so ein bisschen rechts und rechts und rechts? Wir sind alle hier vorne. Boah, jetzt habe ich eine ATV. Ach, du Scheiße. Wollen die schon ihre Fahrzeuge nach vorne? Dann kommt mal bitte eben zu den orangenen Audi. Was, was, was? Äh, hier auch wieder. Warte, ich muss mein Auto eben da hinpacken. Oh, falls ihr da in rechts? Wo stecken sie? Ich stecke hin bei meinem Auto. Ich verabschiede mich ins Geheimschiff. Glaubst du nicht? Verboten. Ich möchte sie... Das wird mir richtig, eigentlich zu spät schon. Kannst du nicht sagen. Wenn ich jetzt gleich noch... Jetzt ist die Siegerheerung von denen, Siegerheerung von denen, dann soll ich quasi, ähm... Ne, die wollen ja jetzt anfangen. Boah, ey. Soll die... Wie soll ich so die Rede halten? Soll ich jetzt mal, dann... Ne, ich natürlich nicht. Einen schwarzen Porsche dahinten. Malst du das hier? Ja. Ja? Oh, sorry. Oh, nein. Klein halb. Bitte 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 einmal mit deinem Showcar-Auto nach vorne kommen. Showcar-Auto, jo. Ja, hier voll aufgestraut. Die, die, die. Ich kann die Würze nicht mehr aufsetzen, ich glaub's nicht. Hat der echt mit seiner Karre gewonnen, oder? Nee, finde ich gar nicht. Kann niemand, äh, irgendwie John Logan erreichen? Weiß jemand, wo der steckt? Ne, ja. Ne, tatsächlich nicht. Oh, komisch. Vorne einer. Feiner, aber feiner, aber feiner, aber feiner, aber... War feiner doch vorne mit deinem Porsche, oder nicht? Ja, hier. Hi. Ähm. Oh, 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 du bist ein kleiner. Pff. Ne, wo? Was ist denn jetzt los? Ah, Quatsch, schade er nicht. Na ja, ich bin die Karre geil. Ja. Ich hab mir das gestern noch gesagt, dass er die ausbreitet. Äh, Rachel, willst du es mich hinstellen? Ich hab den vor kurzem verkauft. Ha, ha, ha. Ja, jo. Das ist natürlich so schön. Nee. War egal. Er hat den Schuhkack gewonnen. Jo. Geht man aus. Da ist cool, die Kiste. Ja. Äh, es hieß Schuhkack holen, ja? Ja, nur von drei Personen. Profis am Werk. Wartung mal, alle weg hier. Die, 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 die. Mike, das kostet fünf Millionen. Was hab ich dir gestern gesagt? Ja, ich dachte keine Waffe. Was denn? Lass du das Ding da holst mit der Karre. Echt? Jetzt, jetzt komm ich nicht raus. Lass du das Ding da vor meinem Don, du Arsch. Ich hab dir gesagt, fahr morgen mit dieser Karre dahin. Ja, hab ich ja. Weil du wolltest den Gastern noch verkaufen. Und ich sag, nee, warte noch Besonder, fahr damit zum Ding. So, und jetzt stehst du da auf dem Podest, du Wichser. Ah. Ich hab den vor kurzem verkauft. Genau den. Aber in schwarz-rot. Ja, ist gut. Sagt ihr was? Äh, meine Pflanzen, Tabak pflanzen. Ha, ha. So, ich glaub, ich muss mich mal hinstellen, da. Ja, stelle ich ihn da. Zum, ist einer von uns. Ja, du, wenn ich ihn, alles gut. No. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die anderen Fahrzeuge finischt hätten. Obwohl, der weiße, schwarze, der vorne, der hat schon was. Ist er genauer angeguckt? Der hat schon was. Das Ding holt an. Und nicht, dass er bei drei anfängt, weißt du? Hm? Wird wahrscheinlich der schwarze gewonnen und Maike ist dritter oder zweiter, eins von beiden. Ja, denke ich auch mal. Lenny, wenig was schreien. So, da kommt noch mal zusammen hier. Willst du das anmoderieren? Absolut. Ja, klar. Weil man war so schlecht Luftdatt. Wer lacht mich da aus? Wir haben durch die Zonen erstellt, oder? Wer hat sich untergestellt? Wir haben durch extra Zonen erstellt. So. Wir haben ja quasi ein Showtreff gemacht und ein, ein, ein... Wer ist das? Also Race. Genau. Danke. Wir haben drei Gewinner von unserem Showcar. Das wäre dann einmal hier hinter mir der rote. Das ist der dritte Platz mit Mike Scott, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Juhu! Ich lenne dann einfach mal den Preis, den du kriegst. Für ein nächstbeliebiges Auto, alles, was natürlich dein Auto ist, ein kostenloses Bremsen-Tuning. Und wenn es ein Bugatti ist, dann ist es kostenlos. Den zweiten Platz belegt John Logan mit seinem Nissan. Der schwarze hinter mir. Dein Preisgeld. Steh auf. Dein Preisgeld sind süße 300.000. Hier einfach nur einer klatscht. Ja, wenn du die 300.000 nicht haben willst, dann können wir die auch gerne behalten. Nehm ich die gerne. Die nehm ich sonst. Morat hat genug Geld. Und Lucia Herzog mit ihr, ähm, was ist denn das? Von Honda S 2000. Verlegt, ja, sehe ich von dir noch nicht. Äh, ihr habt nur Auto aufgeschrieben. Verlegt den ersten Platz mit unserem Showcar-Auto. Oh, wuhu! Herzlichen Glückwunsch! Jo, Glückwunsch! Jetzt wird das ein bisschen lauter reden, wir verstehen dich nicht. Doch. Geht's zurück? Ja, aber ein Stück nach links. Das hält gleich besser raus. Oh mein Gott. Aha. Ich weiß nicht, wie man das Auto hat. Hat glaube ich keiner. Was? Das andere link. Das andere link, ja. Das links von dir. So, Jadda, kannst du langsam mit dem Showcar-Auto vorkommen. Was hat dir gewonnen, Flimmel? Jetzt bin ich gespannt. Du hast auch noch mal zu mecken, ne? Nein, das rote Auto heißt doch so. Christine. Was kommt da jetzt? Was kommt da jetzt? Oh mein Gott! Nein! Oh. Das ist die Schleuhe. Oh mein Gott! Hilfe! Wie geht das? Ist ja mal geil. Oh mein Gott! Oh! Das beste Showcar was ich... Das sind Titten drauf! Alter, ihr seid doch... Ja! Wie geil! Ich will nicht mehr! Aber das sind ehrlich Titten drauf. Das ist ein Auto, da hast du auch sehr viele Anbauteile. Alter! Alter! Der war geschockt. Hey Luciere, das sind aber nicht deine. Du hast nicht heimliches Fotoshooting gemacht. Ja! Äh, nein! Ich wollte gerade sagen, die sehen anders aus. Oh mein Gott! Ich habe Spaß mit dem Ding. Alter! Das ist doch nicht euer Ernst. Alter, mit... Mit doppelter... Alter! Ohohohoho! Einsplitter, ne? Gefällt der dir? Oh mein Gott, ihr seid noch... Ey... Ich glaube, wir sind einfach nur die Besten. Ah! Blau Raketenwerfer, ey! Nein! Hä, ich bin Raketenwerfer! Lass! Ich stehe, ich habe verstanden! Alter! Was war nicht wahr? Äh... Ich kann ja mit ihm reden, aber nicht, dass ich überhaupt keine Chance habe. Ich glaube, du willst noch spielen. Was? Wie laut willst du deine Musik dann noch spielen? Oh, du hast es ja. Alter Schwede, ey. Ich brauch nur ein Auto, wo ich noch mehr von diesen Boxen einbauen kann. Oh, ich kann grad heilen vor Freude, oh nütz. Komm mal mit auf Seiten, hast du dein Schlüssel? Mach's ja dann bei dir. Dann geht der nicht aus. Ja. Aber das Fahrzeug finde ich ja mal nicht schön, ne? Okay. Aber wieder Frauenpower, so ein Ding ist das. Also jetzt mal ganz ehrlich, das Fahrzeug, das ist ja wohl... Ja, ich finde... Von den drei Fahrzeugen hätte ich Mike genommen. Mike oder den Schwarzen, ja. Ich hätte als erstes Mike genommen, den zweiten schwarz und den dritten, den MX-7 oder was er da ist. Also, ich weiß nicht. Ja gut, und das Fahrzeug fährt jetzt auch nicht so geil. Ich wäre wahrscheinlich danach eine Runde gefahren und hätte das dann ein Billigender bauen. Ja. Oder teuer verkauft. Ja gut, der sich dafür interessiert, ja. Ja. Wollen wir mal gucken, was da jetzt abgeht. Die sollen wir hin und machen. Ah, die haben Redline oder was? Äh, um mal ein verrücktes Geschick. Ne, was? Hat sich das für ein Ding ja doch gelohnt, wa? Äh, ich will euch noch ein... Item einfügen. Das VIP-Ticket, ja. Ah. Ja, das wär cool. Das kommt mir grad so als Idee. Ja, komm. Alles super. Was denn? Die VIP-Ticket. Yep. So, jetzt geht's weiter ins Text hier. Ich hätte nicht damit gerechnet. Boah, gewollt. Oha. Hast du ja schon da? Nochmal drei. Alle ruhig, alle ruhig. So, wir haben wieder drei Plätze zu vergeben. Das eine wär wieder, das Bremsen-Tuning. Einmal 500.000 und ein Tuning-Car und kein Showcar. Ähm. Ist jetzt ein bisschen blöd, das zu sagen, aber den dritten Platz hat... ...nicht leider, aber Mike Scott belegt. Boah, geil. Also da sein zweites Bremsen-Tuning kostenlos. Du kannst aber auch gerne die beiden eintauschen geben kostenlos Getriebe-Tuning. Ja, da werden wir uns schon einig. Irgendwas wird das sicher sein. Den zweiten Platz belegt unser Klen-Heidler mit einem Preisgeld von 500.000. Ja, nice. Applaus. Applaus, Applaus. Ich gönn's dir ersten Platz leider nicht. Kein Spaß. Hey, was soll das heißen? Äh. Alessandro? Hat den ersten Platz belegt? Uh. Ja. Uh. So, da kommen wir nach vorne. Und da kommt unser niegelnagel neues eingereistetes Tuning-Auto. Oh, da freu ich mich. Ein Subaru im Presser. Also so ein Tuning-Treffen dürft ihr ruhig öfter machen. Oh mein Gott, er kriegt eh bald den Tuning-Tangle. Ach du Scheiße. Der kleine Subaru ist das. Oh. 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 Was ist das für eine Karre, ey? Also ich find die Karten eigentlich ganz geil, Alter. Ja, da hat was. Ah. Ah. Vielleicht tauscht er mit ihm. Ey, 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 ey. Ich bruchte das auch noch. Boah, der ist geil. Boah, der sieht richtig geil aus. Ah, ey, 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 ey. Ach du Scheiße. Au. Oh shit, Alter. Autsch. Boah, der ist schön. Boah, der ist schön. Boah, der liegt da bunt. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Au. Au. Ich wusste es. Ich wusste es. Au. Ja, ich wollte auch gerade sein. Aua. Oh, ich hab etwas vor sein. Oh, der schöne neue Auto. Oh, jetzt muss ich jetzt zum FD rassen. Wow. Ja, vielen Dank. Hast du die Lichter gesehen, wie der aus ist? Alter, das sieht Porno aus. Ah. Okay. Das sieht richtig gut aus. Es war sehr gewöhnungsbedürftig, ist eigentlich... Ja, nicht so... Und wenn das nicht richtig ist, oder ein bisschen mehr Licht, siehst du auch, dass das eine Ringbogenfarbener Mutterhaube ist. Das ist nicht, wenn ich drinnen sitze. Also die Butterhaube hat auch Ringbogenfarben. Ich glaube, ich bin das erstmal in Sicherheit. Wer hat mich K.O. genommen. Und wenn du den nicht gehst, kannst du auch gerne 500.000 nehmen und ich nehme das Auto. Kannst du mir auch einfach 20 Millionen geben und dann verkaufen? Das war's. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Warte mal. Danke. Warte, ich muss mal ganz kurz nachdenken. Das ist das zweite Mal, dass ich bei einem Redline gewinnen, gewinnen mache. Achtung! War das nicht damals der Pfälzer? Ja. Ja, ich glaub ja. Ich sag ja, ich gönste nicht. Ey! Oh, voll, ich glaub, da will wer durch. Händet ihr hinter mir mal bitte weggehen, danke! Ich hab's auf dem Pferd. Ja. Oh, jetzt gehts hier auf, oder? Und in Kretzbauer wo. Ich hab's auf dem Pferd. Was hast du? Ich hab's auf dem Pferd. Ja, ich hab's auf dem Pferd. Ja, ich hab's auf dem Pferd. Ja, ich hab's hier. Ach, der Pferd kommt von der Pferd. Ja, ich hab's auf dem Pferd. Ja, ich sag's doch, dass du das mal noch zu dir einfach hast. Ausdorf. Ja, moin, da geht's gleich weiter, oder? Nee. Natürlich. Deswegen, dann bin ich ausgedacht, wenn ich da ankomme. Klaas, du stehst da, aber ich bin da auf, Alter. Ich vorbeige mich, wenn ich in der Fahrzeuge bin. Ja, nee, wenn das auf Autofahrt ist, hab ich mir das nicht gemacht. Nee, glaub mir, du wirst dich wieder aufstehen. Ah. Ich hab' doch gekennst. Ja. Na, schickes Ding. Oh, ja. Naja, setz dich mal rüber rein, mach mal so jetzt auf die Klaas. So, wie viel? Schöner Turb ist dort. Ja. So, in dein Zimmer, fahren wir nach unserem Fahrzeug, was ist er noch geiler? Ja, ich hab' noch weg gesehen. Enrico? Mh? Soll ich mal ne Feuerwehreinheit holen? Mh? Mh, mach ich die Geltze, aber mach ich nochmal irgendwas mitbegeben zu. Mh? 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 Ähm. Ja, ja, ja... Ja, 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 klar. Klar, klar, klar. Entschuldigung. Guuut. Das hätten wiru, das hätten wiru, das hätten wiru, das hatten wiru... Das ist komplett ander Abschied. Das ist extravagante... Wieso? Keine Ahnung. Saufhöl. Aber freut mich, dass so viele gekommen sind. Ich muss hier erstmal meine Fahrzeuge irgendwie hier wegschaffen. Ich kriege da schon hin. Ein Redliner muss mitfahren für das eine Fahrzeug. Ansonsten kriege ich es nicht weg. Dann gehen wir mal eben hoch und machen das mit dem Geld. Genau, Mike Scott ist, nee, John, nee. Clan Heidler. Clan Heidler und John Logan. Genau. Wo ist der denn schon wieder hoch? Da steht er doch, glaube ich. Nee, wo steht er? Keine Ahnung. Der Typ, der verschwindet immer. Ja gut, dann lass uns mal hochgehen eben. Genau, dann machen wir schon mal mit Clan Heidler. Hauptsache Mann und Frau boxen sich da. Guck mal, die haben da eh gekriegt. Ja. Ja, wenn er sein Preisgeld nicht haben will, dann ist das so. So, dann folgen sie mir. Unauffällig. So, dann kriegen sie ein Preisgeld von 500.000 Dollar. Ich bedanke mich. Ja, ne, warte, ich kann mal hier rum. Ich bin sie auch gleich direkt unten am Automat. Schön. Ja, vielen Dank. Direkt unten am Automat einzahlen, ja. Ja, genau. Ist, glaube ich, sicherer. Ja. Nicht, dass wir da noch mit Minus rausgehen. Gut, ich bedanke mich. Oder, oder das ist nicht verdoppelt. Ja, natürlich schon. Ja, verdoppeln wir schön. Ja, dann viel Spaß damit. Dankeschön. Ich kann das noch einmal ausgeben. Nee. Ja, okay, das ist die Casino, die da schnell. Ja, ja. Da kannst du es aber auch verdreifachen. Mal gucken, wer nachher wieder arm ist und im Casino rumflennt, weil er 500.000 verzockt hat. Ich nicht. Ich nicht. Sind Sie nicht der Spieler? Zwischendurch nur. Ah. Hier ist auch gleich der Automat? Ja, mach ich gleich. Alles gut. Wir müssen hier noch eben was beraten. So, wir sind durch. Was sagst du? Wir sind jetzt eigentlich mit allem durch hier. Das sind wir dann eigentlich. Ja, dann abfahrt. Ab zum FD. Jemand von euch muss von die Road Forest links nehmen. Ich hab noch ein FD-Fahrzeug, bis alle weg sind. Äh, das ist schon da. Wir müssen... Wir müssen... Wir pack jetzt eben meine beiden Fahrzeuge ein und dann, äh, können wir los. Ja. Ja, ja. Mach ich auch. Ich pack mein Zahner ein und fertig. Soll es nicht Bekanntgebung noch sein? Soll es nicht irgendwas von Bekanntgebung? Ja, wurde komplett vergessen. Ach, vielleicht warten wir... Warten wir besser noch. Äh, ja. Hammer, Limousine, wartet vorne an der Straße. Was denkst du von mir? Hilfe. Was denkst du bitte von mir? Was denkst du denn? Äh, Fahrt weg. Michael, wo bist du? Ich bin bei Kellen. Das stelle ich vor. Sind die anderen schon los? Die stehen da vorne rechts Die stehen da vorne rechts Die stehen da vorne rechts Ja Ich muss ganz ehrlich sagen Nichts Redline treffen können wir am Arsch legen Ja war anders besprochen War ganz anders besprochen Er macht die Preise Wollt mich quasi dazu holen Damit ich quasi eine kleine Ankündigung machen kann Nix, gar nix Null Ich muss da auch nach meinem Preisgeld betteln gehen Das ist deswegen Wenn Frank das morgen erzählt Er fällt wieder vor den Stuhl Er sagt nicht so wie es ist Weil sowas geht nicht Man schritt das vorher ab und macht da einen Plan Und eine andere Kacke Och ne Egal ich hab jetzt die beiden Preisgewinner zu mir geholt Habt ihnen das gesagt Die wollen Einen Heli Rundflug haben Die wollen quasi Vom Hafen mit der Limo zum Galaxy Und vom Hafen dann mit der Limo zum Galaxy Ja Jo Mit welcher Limo? Könnt ihr sie auch suchen Die schreiben mir das auch über SMS Ja super Ja das war ein Einfall Erstens hat sie da so lange hingezogen Ja Da hätte man die Zeit auch anders nutzen können Muss ganz ehrlich sagen Ja So So ist geil Also so die Idee und so fand ich jetzt nicht schlecht Boah man hätte da richtiges Ding von machen können Weißt du? Mit dem Preisgewinner Und man hätte quasi Ja Die nach und nach raus fahren lassen können Wo die alle da stehen Platz 3 Mike Scott Platz 2 der Platz 1 die Nicht schon wieder Nicht schon wieder sorry hab nix gehört salty chat wieder mal ist halt ein bisschen enttäuschend wird jetzt morgen auch noch mal dazu also wenn ich frag das erzählt er dreht er schon wieder durch ich weiß sogar ja ob er in den augen mit ist keine ahnung oder ob er so eingegangen ist das kann ja bis zum schönen ist also wird dann spritz ich jetzt hier um ja auch schon bin ich leider ja nicht dabei ich glaube sowieso nicht dass ein großes ding wird das ist mir egal wenn die leute das nicht annehmen wollen dann tut es mir leid dann ist es halt ganz einfach vor allen ganzen tag mit sieben mann mit der limo und hörlaufmusik pizzeria hat ja eh nie auf ich hab voll die geile idee wir können und snacks können wir dir auch krimi pizza und sowas dann müssen wir die pizzerie darüber sprechen das sind die da kauf und bei uns verkauf sind jeder und packen wir uns in imbisswagen eine werkstatt und den unten in den links habt ihr sowieso den das lager ja können wir alles einballern soll mir noch mal ein bisschen gedanken machen was getränke angeht nicht so viel sondern ein bisschen das knallt der mit in den shop rein ja und irgendwie noch was einfallen lassen so wie dieses casino ticket zum beispiel ich bin auf der absicherung hier der ist im dienst mein audi geht ganz schnapp habe ich heute festgestellt alter haben sie gut hinbekommen jetzt auch wieder weißt du erst lachen sie alle willst du damit antreten und dann ziehst du die leute ab ja ich glaube angebrochenen war glaube ich angebrochen der richtig fertig war war glaube ich dieser logan der war nur am fluchen über mein audi ja und und allgemein an alle weil er nicht versteht warum die da mit den dicksten kisten so auftreten ja das ist ja wohl logisch oder wenn ich die schnellste kiste habt dann dreht die damit an obwohl gegen mich hat er auch verloren und ich habe wesentlich kleineren wie er er schade dass mike da er den ersten gold hat ja hätte ich mehr gewünscht also wenn mich ja welchen fandst du von den drei kars an schönsten also ich fand die von meike an geilsten ja von die älteren auf jeden fall ja klar dass er das gesamtbild so weißt du diesen rx7 oder diesen mazada diese kackpist kiste da das ist auch erleben nicht platz 1 der bei mir wenn dann auch platz 3 da gab es viel krassere paarzeuge er zum beispiel der der dings von von frank der boss dass das krank ist teil dann den von dir mich ja von außen her das hat auch kein anderer und es wird alles weiß ich nicht warum das alles nicht berücksichtigt wird und da gewinnt da so ein stinknormaler klein auch mit seiner audi a3 gewinnen können müssen sie servissen jeder anderen geschmack also man hätte eigentlich alle abstimmen lassen müssen keine jury sondern alle abstimmen lassen müssen ja das ding nicht ganz anders und da hätte ich nämlich echt fast gesagt wie gut glaubbar ist schwierig meine stimme hätte gehabt und sie ganz ehrlich sagen ich glaube er vom ganzen fd na gut stimmt ja dann könnte wieder sagen wieder für dein mitarbeiter hat jemand essen und trinken aber kommen wir nicht mit wasser um die ecke das hilft auch nicht ich hab auch kein essen mehr na gut alter was ist da vorne denn los ernsthaft ich fand gut dass ich diese farbe gehörte ja der audi geht leicht ab auf dem b stolz boah ich musste gar nicht hinfahren woher denn jetzt keiner kapiert was du meinst der red line muss ich gar nicht hinfahren der inriko hat mal wieder scheiße gelaufen keine ahnung gar nicht meine wegen der absicherung ich hör nichts ich kann nicht mehr drehen ja manchmal ja manchmal finde ich scheiße wir lassen ich kriege nichts davon mit dann tu einfach so als wenn du das mitbekommen hast und lachs auch einfach genau ganz lustig dann kannst du bei mich und ich lach mit oder was aber ein handy hast du dort ach das funktioniert doch immer noch nicht handy habe ich funktioniert aber nicht und was sagt gary ja der weiß auch nicht mehr weiter der kann sich das auch nicht erklären kann aber auch sein dass es daher kommt weil Murat mich vorher schon auf in der web voll beim alten pc noch als kein dass das ein bug hatte ja irgendwo muss es ja dran liegen dass du irgendwie einmal stirbst und neu kommst am besten alles neu ja e-mail-adresse, discord, steam, 5m aber nur zwei team-adresse alles neu machen ich wäre noch nicht mehr ich glaube dass du kannst einfach einen neuen benutzer machen irgendwie ging das ja bloß man weiß ja nicht woran es liegt ob es an steam liegt ob es na wo an liegt deswegen hätte ich gesagt alles neu aber öffnen kannst du es wird nein gar nicht ich kann das nicht mehr aufmachen ich kann auf eins zurück so viel ich will passbelegung hat es schon geändert nichts passiert aber auf finger 2 hast du ein telefon geht auch nicht f2 geht auch nicht ne ok also ich kann f2 drücken ja aber da kommt halt nur das inventar ja und da im inventar hab ich nicht hab ich ein handy ist das schon mal verkauft neues geholt ja auf 10 stück nach sonnenwinde und 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 weil gary da ein bisschen rumgebastelt hatte die cage auch schon geleert aber es hat alles nichts gebracht komisch ja weiß ich nicht muss ganz ehrlich sagen dieser ganze haufen der da schon wieder war ne das ist die reinste klicken wirtschaft ja 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 jetzt ja 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 ich wir wissen nicht wo der ist wollte nicht jägern ich auch der getippt wird teilweise laut also klein sind sie gar nicht St ja ja aber der Breitbau ist es sich aber den breitbau kannst du auch zurückbauen oder so standard in europa sieht er nicht hässlich aus nein überhaupt nicht aber da wahrscheinlich schon im spiel ja hinten das heck ist hässlich er sieht aus der sieht richtig geil aus in echt ist der arsch vorne was was wir machen jungs packt jetzt alle limos aus und wir fahren jetzt alle mit der modellstadt ich fahre im moment das ist Diesmal will ich so eine fahren Alter, wie jetzt hier alle die Limuss, äh den Audi Wo lang? Fangen wir mal provokanter Redline vorbei Gute Mitfigur Wollen wir wieder? Kfde Sie hasse ein Das kaufen Uhm hat Die Scheißkarre kann überall sein. Selbst das PD sucht. Ja, such ich. Die Limo, die ich jetzt fahre, die feier ich. Hatte es auch die Rolls Royce? Ja. Ja. Geil, ne? Lass mal bei Bennys vor, ob ich da reinkommst. Hatte ich gerade vor. Äh, Konkurrenz kommt, ich hab da vor. Ne, ist dicht. Du schaute. Ja, ich fahre. Ja, jetzt gerade Richtung Bennys. Ich dachte, dass die aufteilen und dann zusuchen. Ja. Ja. Okay. Ja. 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 Wo waren jetzt andere Benni von PD alle? Mein Billighändler Danke Wollte, dass der PD fast eine teure Rechnung bekommt Exit Jetzt machen wir ein bisschen mehr Platz dazwischen Wir nehmen den ganzen links hier ein Stück zurück noch Stück zurück noch Jop, 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 jop Für die lila ist auch geil Alles cool, ne? Gere zu verdanken Er soll nicht Er fährt da gleich noch wieder rein Ich bin ein bisschen mehr Platz Jetzt hätte das PD fast eine teure Rechnung bekommen Ich bin ein bisschen mehr Platz Ich bin ein bisschen mehr Platz Hey Ich kann so was gemacht haben Du weißt ja beim Billighändler Ich hab noch einen Freund Ich hab da rausgeraust Rückwärts Sie werden mir fast reingefahren Aber hatten jetzt noch Glück Hast du den ganzen Billighändler gefahren? Ja Also haben die sie eingehalten Ja Ja ich weiß Aber jetzt hätten die fast eine teure Rechnung von dir bekommen Aber leider haben sie gebremst Ich hab viel Spaß Da hinten rennt einer Na Ja viel Spaß Na Also wie teilen wir uns auf? Excel was denn plant? Ich bin ein bisschen angefressen Das könnte ich sagen Warum? Weil alles anders geplant war Eigentlich wär ja unsere Ankündigung noch gewesen Stimmt ja 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 Ich hab mir sogar schon was überlegt Was? Ja eben Äh Hiermit verkünden wir Dass wir das Galaxy Äh Für Das hat alle Achse schon alles fertig Ja Ich weiß Irgendwie sowas halt Ja Frank hat alles richtig gemacht Er schlafen ja 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 Verhalten wir es auch noch alle gemacht Also nächste Redline Treffen Scheiße drauf Gehe hier um Tabakkel fahren Bei mehrfach Ja Verhalten mich mal Jo Da hinten rennt schon wieder einer Ja das ist der gleiche Aber wenn wir trotzdem die Karre sucht Aber wenn wir trotzdem die Karre sucht Und ich scheiß auf die Karre Ja aber wie Weil Es findet eh die auch mal dasselbe Weil es geplant ist Ja genau Ja genau Wie alles hier Findet keiner Dann kommt ein erster Tipp Und dann finden sie sie Ja richtig Also es gibt zwei Gewinner Ja aber die meisten die wir suchen jetzt eine halbe Stunde dann haben sie keinen Bock mehr dann gehen sie schlafen und die wo sie dann finden sind die meistens die wo nachts da sind Ja Zum Beispiel Leider Realität Ich hab meine Fahrzeuge Also Wir sind noch hoffen dass Das mit Michas Fahrzeug klappt Oh ja Wenn nicht dann nicht Ja Na völlig schade Ja Ja Chris mit einer dickeren Entschädigung Ja safe Oh ja aber Aber äh der dritte Platzpreis ist schon ein bisschen mau Partys Bremsen Tuning Und er verklemmet sein Audi A3 hin Und dann kostet das 10.000 Zum Beispiel Ja Oder mit Golf 1 oder was sie sich Aber wenn du ein teures Auto machst hast hast du halt Jackpot ne Ja logisch Ich hab halt gar keine teuren Autos Ja Du musst es ja nicht sofort einlösen Ich wollte sagen Hore laut für ein MPC Auto Ist das deine Viper? Ne ist nicht meine Viper hab ich beim Dienst verkauft Ne das war die A4 Du hast die nur mit Spoiler Ah In dir ist eine Bankfiliale Ja siehst du soll ja doch Und jetzt ist das schon der erste Hinweis Ja Ist das Auto gefunden Ich weiß wo es steht Ja Bankfiliale Was meinst du denn welche? Excel kennst du das alte Auto aus noch? Ahhhh Ja macht natürlich Sinn Ja Äh wo ist das? Bankfiliale Da musst du einfach nur lang fahren Stimmt Da oben äh beim Galaxy Oh warte Ne Ja fuck Achso ja Da schlucks los Ja in der Nähe In der Nähe In der Nähe Warte mal Ja Falsch Das PD Da komm mal wo eine Sicheration erstellt wurde Leute sind die dumm Da steht das Fahrzeug Da steht das Fahrzeug Ich seh keine Sicherheitszone Fahr vorsichtig Sicherheitszone Neben dem PD rechts Wie kann man so heiß sein auf so einer Kiste? Ja Also Klen die Bohnen ist auf der auflegenden Straße Gern dir Yo mach ich Lass mal das Auto Wann hat aber glücklich ist oder was machen? Ja Er hat ja auch ein gutes Auto gehabt Ich weiß nicht warum er die Viper verkauft hat Die hat ja echt Power gehabt Ja Denken einfach zu weit Die Viper fand ich auch ne kacke Ne Ne Damit hätte er mich heute auch gezogen Glaube ich Obwohl der und die schon nicht Ah schon vor hier mitten auf dem würfelpark steht der nicht ja witzig stehen wir einfach zusammen so guck mal da vorne hält das ist die einzige bank für jährlich nicht auf der karte angezeigt ist die große staatsbank sowas mal jetzt war doch irgendwas mit mpcs wenn man die findet mit denen auf dem kostüm da waren auch immer hier die aus den verfängen ausgebrochen sind ja genau wenn man die findet kriegt man auch irgendwas was standen wir auf dem tabak hier hast du mir auch gesehen micha habe ich gesehen hat uns überall feuer so schaut er aus was mit dem er hat überall feuer gelegt gestern neben der tankstelle beim fd unterwegs beim krankenhaus und die büsche angesteckt da hatte jemand langer weine also wer ich hatte ihn am anfang ganz permanent ignoriert ich habe einfach so getan als habe ich den joint drauf und habe mich was ausgelacht aber ich sei nur auf mich rausgegangen ist doch keine drei sekunden noch nachfragen wo ist das auto ich verwerte bei dem ganz alten autohaus noch was links hatte bambu bambu genau war hinter in der garage genau ergarage reinfahren kann man nicht mehr aber da 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 irgendwo steht da steht ganz aber jetzt ist der witzige von 13 mann sieben oder sechs leute nur ansuchen wie beglockt fahrt sie gegenseitig in der karren und so und mike hat den besten hinweis er überlegt mal weiter wegen bankfiguren was auch die post hat zwar nicht mehr gleich steht er hier hinten hinter dass er wirklich hier steht und weil man ganz stumm viel drüber weglaufen der witzig gewesen ist ein denn und se die 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 Das war's für heute. 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 Eigentlich ist die Tapagut so. Er nutzt uns aus. Er gibt uns ein bisschen Geld. Er muss sich da mehr Geld verdienen. Was heißt ein bisschen? Das ist ja auch schon ziemlich viel. Naja schon. Wollte sagen. Ja, ist das so, oder? Ja, Mann. Vielleicht fühlst du dir das vor, Master, aus Zigarrenboxen, Pizzen? Auch wenn du so lange noch Blatt klochst, schon. Schmeckt aber nicht. Schmeckt halt nach Zigarre. Aka Tabak. Schneise drin. Wem für fällt? Egal, ich geh mal kurz deine Tochter auf den Sack, ne? Ich glaub die schon pennen. Ja. Aber ich geh auf jeden Fall aus diesem Scheißfummel raus. Es gehört einfach nicht an mich. Bitte raus. Willst du dich jetzt nackt ausziehen, oder was? Ich zieh mir was anderes an. Ach so. Dein Anzug ist raus. Ich gehöre einfach nicht in den Anzug. Bin ich jedenfalls. Also, ich geh mal auf jeden Fall ausziehen. Ja, ich geh mal um den Held zu kaufen. Ich geh mal um den Kumpel zu dürfen. Und dann Mint und zu schneiden. Also, ich geh mal um die Kumpel zu halten. Und dann, dass halt nur was, oder was? Ich geh mal um den anderen Kumpel zu halten. Merk. Ich geh mal um den Kumpel zu halten, oder was? Ich geh mal um den Kumpel zu halten. ich bin ja wir waren sowieso in Oldenburg aber ich bin dahin aber so gemacht da gemessen da gemessen jetzt zu dem Motto wie auch gehabt hättest du einen Schiff da gehabt Bucher ich weiß nicht mein Cousin hat ja mal die Praktikuren gemacht die hat es geschehen aber beim FD ist es auszudockiert auch hier auch funktionieren aber es geht eigentlich bis 40 bezahlt 39 Euro von Hemd aber das ist perfekt da muss das FD noch mal besucht werden ich glaube wir müssen mal ein paar Blitzfeil machen ne lasst es scheiß drauf mich feil lassen die müssen ja hierhin packen ich sag euch mal alle eine gute Nacht und schlaft euch noch ebenso gute Nacht ich muss das auch auf Erkundungstoß gehen ha 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 auch keine Scheiße Bruder ich brauche nie Scheiße wie schnell hat er sich umgezogen eigentlich ich wollte nur umgezogen eigentlich alles gut er ist weg gefahren und jetzt hierhin eh vorhin ist ein Kammauplan ich schnell hat er sich umgezogen Junge verlassen weil er eigentlich die Schnappel gefahren sicher Lasskraft gefahren gefahren ne 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 aber wenn man mir danach mit in die Quere kommt kein Wunder wenn die Karre hinterher schrott ist oder mit 320 ist das Murat ist das Murat ich komme dann erstmal fragen mich wie ich IC heiße kommen die direkt Kuliva zu mir die wollen gar nicht mit dem anderen labern weißt du ja ja weil ich bin ja der Gerry hat vorhin sich ne Hose gepisst Digga da hatte ich weites Gespräch kam Gerry hinzu ach der bekloppte Dirkel ne ich war zwei Sekunden im Discord Wupp hatte ich ne Einladung und bla musste ich mit dem quatschen und ich wollte eigentlich nur Tschüss sagen und der hat mich dann voll gelabert finde ich auch nicht schlecht ja so gesehen haben wir jetzt zwei Medics die im echten Leben auch Mediziner sind ja ist geil ich hoffe die bleiben auch ja die feiern das weil hier so viel ist was die anderen Server nicht haben Trage und den ganzen Scheiß da ja das ist ja bei den FD auch so wild ne ja ja FD ist ja noch schlimmer haha ja heikern bist die falsche Richtung gefahren ich bin gar nicht losgefahren ne aber er wusste es aber ich wusste es er hat das Dürkel Bike stand hier mit und ist mit der pinken Limo losgefahren da sagt er das ist bei Wambo bei nem alten Auto raus ja ja das hat Klärchen wie gesagt ja kannst du sogar bei mir morgen eine Wiederholung gucken ja alles gut ich sag ne ich sag warte mal die Bank ich sag doch das kann sein ich sag meinst du bei Wambo ja genau ich sag aaaaa deswegen hab ich deswegen hab ich Bank 4 alle gesagt und die Staatsbank ja genau und dann werden die hier alle rumgejafften gekloppt ja deswegen waren Bank 4 alle dann hast du noch paar Möglichkeiten und in der Stadt war ja logisch weißt du welchem Versteck ich auch anders gefehlt hätte hm bei dir nen alten Auto raus bei Mosleys Wollte ich es machen nein viel witziger wäre mitten aufm Platz hier nein rechnet keiner mit aber soll ich dir mal sagen wie viele vorbeigeschossen sind na genau ja pika hab ich 3 oder 4 mal an mir vorbeigeschippert na geil der hat auch sogar drauf geguckt aber der hat erst gesagt wie ein MPC Auto weil ich ja noclip war hat er mich nicht gesehen ahhh ahhh was man ja ein bisschen schwerer machen ne ja logisch kannst du ja gleich irgendwie auf Parkplatz stellen ja wenn ich daneben stehe fällts auf richtig ja aber was Gary alles vorhat mit dem Galaxy in der Typ der ist einfach nur durch ne ja ja wenn der was in Angriff nimmt nimmt der das der Bagger der ist so durch ich freue mich dass deine Frau so lange hier ist muss auch mal sein dass es mal woanders ist außer beim Tabak zupfen ja das stimmt ja und ist am Ende gestern war ein bisschen matschig gestern war tot ja siehst der Mored ist da jetzt voll ja ja morgen ist aber nicht so lange ne morgen bin ich gar nicht da morgen wieder mal oben ja das ist auch nicht hier ja Montag wieder kack Frühschicht Montag wieder kack Nachtschicht Dienstag wieder kack Nachtschicht Mittwoch kack Nachtschicht ja deswegen finde ich das so schön dass du immer Augen hast dann kann ich auf der Arbeit immer zugucken ja im Normalfall sind Augen immer an ja ist auch schön wie viele Augen gucken dir grad zu wie viele eine okay heute ist tot ja du hast ja noch mein Abo ja nicht nur dein ja ich wollte heute noch mal rein kacken aber es geht ja noch bis zum 29 ansonsten ja aber wer guckt zu keine Ahnung ja hol doch mal den Discord-Link in dein Sprach-Chat Dingsbums Text-Chat vielleicht kick da drauf so verstehst du was ich mein na denkst du ist nicht da der macht das zwischendurch auch so ach so ach ey wo hat der denn den Land Rover her ich fress bald einen Besen Alter was ist denn hier los hä oh oh was ist jetzt das ist jemand mit einem NPC-Waren rumgefahren hat er Glück gehabt das war ein NPC-Auto oder nee war ein ein Range Rover ach so ich dachte das wäre einer von NPC gewesen nee war ein Range Rover da hat er ja 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 machen wir nun wo war das auch für die angefressen er nimmt das jetzt in der Hand damit das veröffentlicht wird ja er findet das scheiße na ist so was für andere er sagt auch soll jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken so ist ja so doll triggert mich jetzt auch nicht ist halt nur dumm gelaufen ne ist so in Endeffekt egal entweder die wollen kommen oder wollen nicht kommen interessiert mich doch nicht auf Eichhöringart haben mit Limo die gehen mir doch egal mach da dicke Partys und Dings jetzt hab ich schon gesagt nächste Woche Samstag ist mir scheißegal ob da einer kommt oder zwei oder interessiert mich nicht bei mir zuhause auf dem Tisch steht Wodka da seid ihr so wie sie es und dann gehe ich ab let's go ich denke daran aber vorhin um in den Hund raus zu gehen ja hab ich auch schon so etwas vorgesagt der musste erst mal mit Fatima wie sind überhaupt abends wie ist das überhaupt wann gehst du noch mal raus mit denen abends unterschiedlich mal um 20 mal um 19 mal um 23 und dann nächsten Morgen wieder oder ja ok und also wie lange hält er so aus circa die ganze Nacht kein Problem sechs bis acht Stunden so also wenn ich jetzt gleich also wenn ich jetzt gleich werden wir es wahrscheinlich so machen dass wenn Jacky aussteht dass du immer kurz vor der Tür mit dem Hund ja dass er schon mal pinkeln kann und so wenn ich da wach gehe dann nehme ich den Hund und dann laufen wir mit dem an der Kale längs und so also ich gehe ok die waren vorhin draußen macht der Randale morgens nö eigentlich nicht ok nicht dass das ganze Haus dann zusammen brüllt nö ok dann haben wir einen scheiß auf die Fuck-Nachbarn also ich hier machen es machen sie es aber auch nur weil ich mit beiden gleichzeitig runtergehe und ich gehe ohne Leine und die betteln sich dann wer zuerst unten ist und kliffen ja gut ne das machen wir ja nicht eins was er macht ist ach du meinst wenn Neulinge kommen wenn ähm na klar oh ich höre Axel im Hintergrund ist verwirrend wenn ähm wenn ähm er wirklich irgendwas hört dann knurrt er vielleicht mal da oder das war's jo alles gut wir hatten den Hund von meinen Eltern mal hier das ist ein Labrador oh der war jemux gebellt na ne das habt ihr nicht der schleicht sich nur mal aufs Bett ja das ist nicht so wild der hat er nicht aber zu Not ihr kriegt auch die Box mit und alles jo alles gut wir haben hier ne Couch wo er drauf liegen kann wir haben ein Bett wo er mit rein liegen kann wir haben ein Teppich wo er drauf liegen kann also daran soll es nicht hapern jo ja ok bei uns darf auch Sofa nicht ja gut bei uns aber ja da liegt ja keiner drauf also dafür kommt er bei uns ins Bett immer ja das kann er bei uns auch ja ja ich hab ihn heute abgeknallt bei dem Tabakquill es geht ich hab ihn heute abgeknallt bei dem Tabakquill reicht schon bei der Achsel sich breitmacht hehehe ich habe in der Achsel geschnitten ich wollte mit Abbau und sah aufsteigen gebrod und bei der U-Fahr-Aktin er in den Rücken boah wer hat wen abgeknallt ja dankbar also die letzte Woche bei der Achsel den ab achso auf dem Tabakquill so was ist das denn vor einer jetzt groß 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 ja ich hab dir ein Auto verkaufen das ist ja schlimmer wie ein Teppichverkäufer ich sag dir das ja ich bin morgens noch nicht mal ich bin mit ein Auge wach weißt du erst wenn wir zum auto kaufen dann mag auch lasst doch mal bitte wach werden jetzt dann kannst du doch erst ein auto kaufen dann guckst du nur mit einem Auge, das ist dann nicht so teuer, ich sag ja mindestens Morat, wenn es nur wieder wäre ja, den Urus feier ich nicht so allgemein die SUVs von Porsche, äh, Porsche und Lamborghini Co. sehen einfach nicht so geil aus ah doch, der SUV von Porsche ist geil der Cayenne ah, das ist cool, na naja Florian, was magst du überhaupt für Fahrzeuge? ach, ich hab meinen großen Glennewagen und ich bin glücklich echt? hast du keine Träume? aber ich muss sagen, das Ding fährt sich verdammt geil ja, was soll ich, also, ne ich hab also, mir macht der Spaß zum Fahrt macht es auch, ja ich hab den BMW, ja, ok, aber hast du ne Alfa Romeo noch? den hab ich auch noch, ja den verkau ich auch nicht das war mein Anfangsauto, hallo? den fahr ich bis zum letzten mich reizt der Volvo nochmal was für ein Auto? komplett tief und was? Alfa Romeo hab ich der rote den hab ich auf dem anderen Start genau den gleichen ah, ok ah, polizei ist auch schon wieder hier soll ich noch am besten mal kurz auf ohne Auto ich tried ja, und sonst hab ich ja noch ein Casino-Auto was ich echt tatsächlich gewonnen habe ich hab da noch nicht einmal eins gewonnen, ich hab's aufgegeben ähm, kannst du mir deine Casino-Tickets geben? mit der Hoffnung bin ich echt da hingegangen, ach, das wird doch so nichts ja, genau, dann passier's, ne? dann passier's dann passier's ja, aber das auch dieser das Dreirad-Dring will ich auch nicht ja, ok, das ist echt, ja das sieht hässlich aus, ne? ach, mein Jungmann, geh mir wieder raus ja, für den Sommer ist das geil, aber nee ich würde jetzt mit der Völfung nee Dreiräder aber so ein Dreirad-Motorrad, das sieht geil aus nein ne, das was hinten so ein fettes Arsch hat wo dann zwei Personen drauf sitzen können noch nie gesehen doch ein Trike ja, genau, ein Trike ach, die, oh die sehen richtig geil aus aber ein positives Ding hatte das vor der Abend, muss ich ganz ehrlich sagen das waren mal alle da nein, ja, da, ja, das, ja aber ich mein jetzt, wo wir alle aus den Limous gestiegen sind, alle in lila da standen ja, das war so ein Highlight mein geilsten LCN komplett sprachlos ja komplett Francesco hat gar nicht mit mir geredet ja und, äh, weißt du, Alessandro Doruk war das der kam zu mir, äh, 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 habt ihr jetzt ne Gang aufgemacht? hehehe da warst du ne Gang, hast du Angst um dein Geld, oder was denn ich, hä? boah, wieso hast du nicht einfach mal ja gesagt, ey ich sag, wir, 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 weil er dann sagte, ihr seht ein bisschen aus wie die Ballers ich sag, ja, wir sind die Ballers light hehehe, light ganz blöd gemacht, würden wir komplett vom FD aufhören und ne Gang aufmachen nee, komm übertreffen wir die locker ja, logisch so präsent wie wir sind, alle super aber das, äh, Rain ich bin hier nicht da, um, um hier rumzuballern oder irgendeiner Scheiße dieses Leben habe ich hinter mir gelassen genau ähm sondern ich will hier Spaß haben und das habe ich halt nur beim FD und mit dem Galaxy haben wir, glaube ich, da jetzt nochmal, äh, das E-Tüpfelchen da oben drauf gelegt verstehe ich gar nicht ich bin da echt gespannt wie es aussieht äh, wie, wie, wie ja, dann ähm warst du denn ich nachts auch mit auch bei mit Gary? ja, klar genau ne, viele Sachen haben sich dann geändert, nur das jetzt quasi die Garage hinten funktioniert ja, das ist top dann haben wir ein Lager, quasi, wo ich dann auch Sachen herstellen kann und so ach, war nur und nur dann kann ich nämlich mit dir, Florian, kann ich mit dir wieder auf dem Kartoffelfeld, weißt? ach so ja 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 so was zum Beispiel nur essen, Pizzeria, kam hier am Arsch lecken ne, wir die mit rein was heißt, in die Pizzeria gehen wir eh eh nicht mehr ne, dann zog es abgefahren man hat immer jeden Sonntag 19 Uhr Termin, keiner kommt 20 vor 7, äh, 20 vor 8 war das schon 20 Minuten vor, äh, Versprechung von FD, äh, kommen die dann auch mal reingetrudelt und wir haben da nur 10 Minuten Zeit, das Ding da schon reinzupreifen was ist jetzt los? hat der nicht mein Auto so, das hat jemand getestet das wird teuer das fahren müssen wir nochmal üben ihr bitte? ich? ja 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 ne, ne, ich was dabei jetzt haut er schon auch mein armes Nagel, neues Auto ach das neuer, ne das hab ich mir heute erst gekauft ich hab mir grad nicht aufgepasst äh, und jetzt haut er einfach ab? äh, der wartet drauf, ob Murat dein Auto findet soll er das tracken? hat er kein GPS im Auto? äh, in welches Auto ist er reingefahren? ich hab nicht aufgepasst der ist mit meinem Auto in das hier reingefahren oh, nicht die Limo das ist aber nix aber trotzdem die sind teuer klar, ich sehe doch von hier aus als ein 50.000 Euro Schaden ja boah, das FD wird ja wieder arm, du dürft mir gar nicht anfangen glaube ich der ist doch heute erst gekommen oder nicht, der Neukop? äh, ja ja wie kann er sich schon so ein BMW leisten? das ist nicht der von Murat das Murat, der da gerade fährt das ist Murats BMW, das ist sein Markenzeichen das grüne Ding das ist alles von Murat bestimmt ich hab ja nur einen von seinen FN, äh, äh, seinen R8 hab ich drüben bei uns in der PVA-Stelle aber eben ah, den hab ich auch schon gesehen ja, aber das ist jetzt, warum ich meine, dass BMW hier einfach nicht geil ist weil sie so slaut sind boah, die sind so schmutz, ne? sind die auch nicht schön hey, der M5, den ich fahr, der ist nicht so laut ja, das ist doch der Einzige aber ich will ja, ich will ja was fahren, was nicht so ein riesen Dings hat vorne äh, Kühlungsgitter ja habt ihr eigentlich diesen komischen Sicherheitstypen jetzt auch bei der Peti angenommen, oder was? ja, der ist bei uns da drauf verschauen der mit der Glatze? Flo, wir brauchen Leute bei uns der mit der Glatze? ja, richtig ach, du Scheiße wenn der Scheiße ist bei uns fliegt der raus Herr Herzog, Herr Herzog ich würde, wenn der so anfängt ich sag, wollt ihr jetzt noch auf dem FD los äh, 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 wie ist es wieder los? da war wohl meine Officer sind mit Waffen auf Furcht zugegangen ja, also die gezückt, ne? die hatten die quasi nur gezückt ja, trotzdem, sie sind mit Waffen auf uns zugekommen die sind mit Waffen auf andere Beamte zugegangen so, halt, so standen die so sind die aus dem Auto gestiegen und sind so auf uns zugekommen ja, ist die Regel, die die schon gebrochen haben man steigt nicht mit einer scharfen Waffe aus man steigt mit Taser aus und das hat, glaub ich, äh, Clan sogar, äh, oben, glaub ich will ich auch falls da wieder Komplikationen gibt theoretisch schon supi danke für die Info, dann war ich ja, da ich morgen Leute erstmal anscheißen darf wo ich dann gesagt hab, wir sind von FD wir sind keine Gang oder so oh, schuldigung, schuldigung, ich sag, wir sollen nicht gegeneinander arbeiten sondern miteinander ja, die sind neu, die kriegen auch noch ihr Fett ab die werden hier dressiert bis sich dreht ab wenn sie meinen, sie müssen im PD ja wenn sie meinen, dass die im PD vor mir eine große Klappe riskieren können bitte ja, wenn sie kann ich grad noch nicht draufzugreifen ja aber wenn sie meinen, unsere Zusammenarbeit zu gefährden, äh, ja informiert mich, dann sind die schneller raus, als sie gucken können ja, das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache ja, aber ich kann keine Leute gebrauchen also ich sag's so draußen wie es ist wir brauchen Leute, ja aber wir brauchen auch keine Leute, die die Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen, äh, Staatsfraktion, äh, behindern ja, die wussten aber wir waren aber auch in den Anzug, wie wir jetzt sind, ne ja, aber die hätten den ganzen Tag mal fragen können wer seid ihr, was macht ihr und Fett nicht der eine steigt aus mit der Glatze und mit der Waffe gezogen Jungs, die steigt hier auch nicht aus und kommen direkt mit der hier auf euch zu wie ist das überhaupt du kann ja Florian jetzt mal fragen wenn jetzt so einer auf mich zukommt, ist das quasi schon ein Schusscall? nein es muss, es hat sich jetzt nochmal geändert wie würde ich das dann machen nein, auch nicht nicht mehr nein, es hat sich ja geändert, es gab ja Probleme ähm, mit paar Leuten da sind ja Polizisten ja auch, ne es muss gecallt werden, wirklich gesagt werden und es muss eine angemessene Zeit zum reagieren da sein ok also jetzt so zum Beispiel Hände hochschauen oder schießen ja dann guckst du, was der Gegenüber macht wenn er den auch dann zieht, dann darfst du schießen ja oder er dreht um und verpisst sich dann ist es gut geh weg ok tschüss ja das ist, ähm, verstehe ich schon also dieses reine Zielen ist kein Schusserkönnen mehr genau wurde ja mit dem neuen Gesetz ja auch nicht so verabschiedet mhm ist das neue Gesetz schon durch? ja, das ist schon längst durch hä? wo hast du das reingeschickt? ich hab's nicht gelesen, ich konnte es nicht lesen ist alles schon im Gesetzbuch, wahrscheinlich das ist im, äh, Staatsregelberg komm jetzt wieder hm 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 wann war ich denn drinne? vor paar Tagen ja äh das ist mit diesem Problem, was da wieder im Shop passiert ist ist das dann sofort in dein, in Kraft getreten ja, weil dieses Gesetzes, äh, stand ist aber noch von 14.8.2019 äh ihr meint äh mit den drei Officern gegen den einen Herren, wo keine Medics und selbst Dealer da waren richtig wo ich mit beteiligt war? ja dann verstehe ich's dann weiß ich was gemeint ist so ja so ja ja kannst du, kannst du irgendwie handeln, dass der Chevrolet, äh, als Privatauto genutzt werden kann? nein das sieht so geil aus da muss ich, Mike, da musst du über die Stadt bewerten, wenn du so ein Fahrzeug fahren willst ich bleib beim FD, da zieh ich mich gerade für 10 Pferde weg ist so, ne? hallo auch mein Shop muss ja ein bisschen gewürdigt werden, ne? und das ist das Auto ich sag's dir so ich würd diesen, äh, Wagen auch gern haben aber auch nur für das Gang Task Force oder für irgendeine andere Einheit mhm das ist im einfachen Grund, wer würde damit rechnen, dass da FD da aussteigen? ja, ne FD aus meinem Dodge, da kann durch Don Gold und Viggins wissen sie das, an wie die Wagen ist sind die jetzt weg? ja, trotzdem ist der Wagen bekannt ja, genau ich kann mich jetzt nicht mehr einfach auf die Autobahn, äh, bei der dunkelsten Nacht hinstellen, das Fahrzeug da rein verstehen lassen und euch einfach mal von hinten auffahren und würde sich blau dich anmachen, geht nimmer ich kenn die Dodge nicht, ganz ehrlich ja doch, klar du hast es ja eh schon gesehen nein aber 100 ja das habt ihr auch gesehen, oder? ja das habt ihr auch gesehen, oder? ja, klar ja, klar der stand auch bestimmt zwei Tage bei Redline auf der Bühne ja als Joker ok, ja ich brauche ich brauche nee, tatsächlich nicht ist mir neu obwohl das ist auch ein klassischstes Polizeiauto ja er ist mir neu tatsächlich, ohne Scheiß jetzt ja, da steht ein Auto also haben wir alle mit Rückwärtsgänge heute haha Führerschein im Lotto gewonnen also ohne Scheiß ne, im Krasino glaub ich rechts rechts den kenn ich wirklich nicht erst mal Direktscheibe rausgeknallt aber ich werde fragst, sie kennen den Wagen leider Gottes jetzt bei mir habe ich wirklich den Platz wie bei dir und dem R4 3 gerade ich will mal was ausprobieren also den kenne ich wirklich nicht, aber jetzt kenne ich ihn rede ich jetzt über Lautsprecher? ja, dann danke Sonnengold auch rede ich jetzt über Lautsprecher? also der, no der Gold ist schon, war schon Arsch, ne? ja, Sonnengold hat mir damit die Chancen genommen, dass ich damit einfach mal eine Verkehrskontrolle machen kann ja, hat er bei welcher Taste sprecht ihr da drüber? oh komm mal raus, ich hab das bei das musst du halt bei dir selber gucken, wo du die, äh, das gelegt hast hatte ich eigentlich umgelegt, aber irgendwie geht's nicht also absoluter, äh wie ich kann's zum Beispiel merkwürdig macht das Blaulicht aus aber absoluter Favorit ist vorne links der Scheinwerfer quasi, ja, der Inhaber die haben auch quasi Zugriff auf Shop etc ne, ich mein hier im D-Funk bei uns dass ihr euch quasi auch dann ähm, ich hab, äh, Zugriff hab ich tatsächlich über, dieses, äh, staatliche Fraktions, über Santos, weißt du? da hab ich Zugriff über Galaxy Club aber nicht über Shiny Flex ne, da ist noch das mit Nädeln und sowas drinnen weil die Fehler gemacht haben, ich weiß nicht könnt ihr da rein? wir können nix reinschreiben aber wartet, äh warum kommt der nicht zu mir? ne, ich tatsächlich nicht bin ich, ne? äh, gleich schon ja, ich fahr den aber erstmal wieder einpacken bis er meinen Dienst war ne, ich fahr den Weg hin, ne? ne, ja auch in Hauber äh, nicht in Hauber haha ich fisch mitglied sorry du, du hast den Schwarz, ja? ne, eigentlich kann das komplette F-Dieter mal reingenommen werden na, das muss die Geschäftsführung entscheiden, wer da alles reinschreiben darf ja, im Grunde genommen kannst du erstmal Frank, Meier, Jackie und mich da reinnehmen ja, hallo, mich auch gut ja, das erste Mal und sobald keine Frau kann jetzt auch boah, jetzt muss ich den jetzt versuchen, ey haha weil wie gesagt, Mike, lass es mit den Blitzen erstmal egal welche du jetzt vorschlagen möchtest einige sind so beschissen, dass selbst ihr P-D und ihr eingeblitzt werdet mit den Dingern ok deswegen wir haben ein Tachometer drin wir müssen das beherrschen, ansonsten war es damit man könnte nämlich das dann auch dann da kundtun na, dann musst du jetzt noch also, dass es ab Samstag schon losgeht na, das wird morgen nochmal mit Murat besprochen, weil dann auch ein bisschen enttäuscht ist ach so, ja, verständlich ja, der hat mich nämlich gerade dazu geholt und dann sagt er war da nicht irgendwas wegen Ankündigungen und so da sollte mir eine Preisverleihung passieren ich sag, ich hab 20 Minuten gewartet und dann habe ich die beiden Preisgewinner zu mir geholt und hab denen das VIP gegeben ich sag, was soll ich sonst machen ja, zur Not schreibt halt die Stadtverwaltung an den Tag halt mal eine Rundnachricht rum na, richtig dann bin ich gespannt, weil morgen wird Frank noch mit insolviert dann müssen wir dann erstmal wieder ein bisschen motivieren weil wenn er das hört, dann wird er erstmal wieder aus dem Stuhl fallen ja, weil Frank ist da auch komplett mit insolviert der, der hilft mir da 100% und dann steckt da selber Herzblut rein und dann ich merke mir Alan am FC Team für seine Übungen ja, richtig alles was er so hinter den Kulissen macht und so das ist echt wild, was er da veranstaltet und dann, wenn er dann enttäuscht wird zum Beispiel, wenn eine Übung dann komplett schief geht zum Beispiel, so wie letztes Mal das hat er ja richtig enttäuscht genau, da hat er es erstmal ja, richtig das hat zwei Tage gedauert bis wir den mal wieder ein bisschen aus dem Sessel bekommen ich sag's mal so ich hab mich enttäuscht sowas auch aber ich hab mittlerweile eine Sache gelernt ich darf mich nicht mal so fallen lassen oh, nein, Mann vor allem die alle hier oben ich werde mich weglebt dich an oh, mein Revier ich hab keine Lizenzfeiermusik ich muss weiter noch da so ich glaub der macht aus ja alles gut der Punkt ist wenn ich jetzt selber noch Hallöchen Moin Jo Sorry Bro Alles gut Bist jetzt eigentlich noch keine Verwarnung Also noch ist alles safe Ey Besser dich als mich Twitch? Was ist denn Twitch? Was ist denn hier Twitch? Hä? Kennst du Twitch? Ja klar Geht doch auf Youtube Abstand ich auf mein Handy Hab ich doch auf mein Handy Digger Abstand bei dir zuhause Ich hab nicht einen auf dem Müll alter Oh nicht noch Der Bauern kam mir auf 2.0 davor Er schiebt sich mich glaube ich freiwillig Ja da bin ich dabei Da bin ich dabei Was? Alle die dann erschossen werden wollen In einer Reihe Ich geb euch einen Kopfschuss Dann warst du es Stellvertretender schief Nicht so ne? Na ja ja Du weißt du musst morgen in den Dienen Und du weißt ganz genau Dass du morgen schönes Pidi putzen darfst Mit einer Zahndurstung Ja freu ich mich Also ich hab schon Dann nimm dir aus Zelle 3, dass ich meine noch Nein 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 Kannst du dann trotzdem zusammenscheißen? Ich geh noch ganz mies hin Ich geh nach Ruhes in der Manier Ach sie müssen doch nicht Ich geh sämtliche Ecken ab Wenn ich da auch nur ein Krümelstaub suche Wir sind doch nur Kollegen Darfst du es nochmal Da muss auch ein bisschen Humor sein und Spaß sein und sowas Ich bin auch ein Vorgesetzter zu sagen Die andere Ecke Jaa Trotzdem sind wir Kollegen Ey schließ mal hier Wenn du Scheiße baust Bin ich der Idiot der Apokate spiel Ja fahr Der ist offen Äh der Lilane ist offen Ist doch gut Gebt jetzt echt gut alter Da vorne steht noch ne Lilane Könnt ihr euch jetzt mit dem Arm und einfach mal lieb haben? Rundtour machen oder was? Axel Axel Ja Da ist raus zu essen ja Was los? Geh mir nen Döner holen Ich kann uns gleich den Saugen äh wegen der Waffel noch schmau Was war der nicht? Ich nehm mein Auto und hol dir selber drinnen Ja ich hab ein Auto Aber er war dabei Hast du es gefunden oder was? Nee leider nicht Herr Herzog ist das ein neuer Kollege jetzt oder was? Ja das ist einer unserer Kollegen Ach die einfach mit Waffe aussteigen wie meinst du? Nach dem was ich von euch erfahren habe? Ja Ach was Wie mein Name? Wer kommt denn da? Schmeckt Ach ist das hier die Feuerwehr? Na Pedersen Hm Ja genau Was hast du mit deinem Arm angestellt? Aber warum hat die Feuerwehr Hält da an? Was hast du mit deinem Arm gemacht? Weil wir heute ein Event hatten bei Redline und wir müssen ja Also ja Ich konnte ja nicht sein ich muss ja auf Dienst gehen Alles gut Ich war selber im Dienst und war trotzdem da Du hast Kopfschmerzen Er hatte Kopfschmerzen Genau Scheiße Und das hier ist nicht der Bürgermeister sondern Das ist einer der Stadtverwaltung Das ist einer der Stadtverwaltung Das ist einer der Stadtverwaltung Kann ich mich erinnern Der hat mir ja die Tipps gegeben Wegen den Kopfschmerzen Wegen der Aspirin Ne Das war ich nicht Eine Gute an dich Der Murat testet die Autos richtig Hä Wie war das denn? Wenn du das nächste Mal eine allgemeine Verkehrskontrolle oder Personenkontrolle Ich? Keine Ja Das werde ich auch dem anderen Kollegen morgen sagen Nicht mit einer scharfen Waffe Ja ich hatte die Autos Ja ich hatte die Autos Er ist Taser Danach Scharf Immer Ansonsten kann es irgendwann so weit gehen Dass die anderen Leute dann auch mal mit scharfer Waffe entgegen kommen Also ich muss erst mal einstellen warte Hier Ich mach einfach das Trinken auf 1 Hä? Einstellen? Ja Einstellen Trinken auf 1? Hä? Was ist denn einstellen? Einstellen ist das Trinken auf 1 Ja was Trinken auf 1 Auf 1 Promille Auf 1 Promille Aha Ihr seid zu Lost Ihr habt da keine Fantasie Und Glen Ja Ach Gott Was machen wir jetzt noch? Die sollen so froh sein, dass ich nicht mehr im Dienst bin Bam Kleingeld, Kleingeld, Kleingeld Meins, 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 meins Meins, 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 meins Meins Casino Ne, ich lass doch mein Geld nicht rein Ja, Murat, die nicht rein, die fährt sie nach, ja Ich muss doch morgen wieder so viel arbeiten Ja, glaub ich nicht, glaub ich nicht Ich muss dann auch wieder Geld machen Ach, du machst doch genug Geld Du bist doch nicht schief Äh, Stellvertreter schief Warte, jetzt hast du ihr richtig eingeheizt, ne? Ah? Jetzt hast du ihr... Jetzt hast du ihr... Jetzt hast du ihr... Jetzt hast du ihr richtig eingeheizt Ja, zock Ich dreh mich gerne um, ne? Wem? Der Rest muss nicht auf umdrehen Der Limo hast du jetzt richtig eingeheizt Ja, dreh mal ne Runde mit der Limo Lalalalalalalalalala Nein, bist du nicht Dreh mal ne Runde Vorsichtig Mike, steig dir jetzt ein Fahr... Jawoll Ne, das ist... Doch, und jetzt... Jetzt fahren alle mit Ich fahr Boah Ich glaube da vorne ist ja egal Wir können auch... Wir können auch... Wir können auch... Boah Er kommt nicht hinter, ich merk schon Ja, Morat ist gefahren Ja, Morat ist gefahren Kleine erst dazwischen Ja Krank, ne? Er wollte ja nicht fahren Ja Aber ist aber schuld Aber ein paar viele Sitze Wie viele hat er jetzt wirklich? Nur vier oder mehr? Ne, acht glaube ich Ja, die man sieht Ich meine... Wie viele benutzen kannst Acht Acht? Probieren Fährt sich da jetzt ganz entspannend, ne? Ja Ja Wo ist Mike? Ich seh den gar nicht mehr Wir fahren ihm mal wieder entgegen Ja, fahr aber hier links irgendwie rüber Weil ich seh ja schon... Der fährt gleich hinten so rauf Ja, macht er auch Hallo, die weiß, dass er wichtig ist Der beteiligt ist Oh, der fährt sogar gegen die Front Ja, das blüften lernen wir nochmal Ich hab auch tatsächlich mit dem Ja, wacht doch weg mit dem Bleib doch stehen Ja, wacht doch weg mit dem Bleib doch stehen Gib Gas! Bye 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 Deine Wiesel des Lebens Die Wiesel des Lebens Schon ein schönes Auto Ja Wenn ihr die mal verkauft, sagt mir Bescheid Facts Für eine Reise Nur dafür Ja, sagte die Dings gerade schon Florian und... ...herzog Aber dafür bereit wäre, ich bin auch eh da Ich bin auch eh da Ich klingeldeum durch, hä? Wenn sowas ist, klingelt durch, komme ich da hin und dann abfahren Das hatte ich dir ja sowieso schon mal 10 Moral Ja, aber zum Beispiel am Mittag warst du nicht da Ja, hä, ich schreibe doch den Funk, ich bin auch da, hä? Nein, du warst noch nicht mal online Nur wenn ich nicht ingame bin, heißt das ja nicht, dass ich, äh, ne? Das war bestimmt auch, wie nicht zuhause war Ihr wart nicht zuhause Nur wie ein Fahrer war Das war heute Morgen um 7 Äh, halb 9 Neun, bis halb Ja, genau, da war bis halb 1 auf der Ramuri Ja, siehste mal Er fährt ja in den Audi, ich krieg die Krise doch So Nicht schlimm Ich weiß nicht, dass der neue Mitarbeiter ist, der von meinem Auto gegen das Auto von, äh, hier vorne reingedonnert Schief vegan Wo ist denn der neue Mitarbeiter? Er fährt grad mit dem Mercedes irgendwo da hinten oder so rum Ja, eigentlich zum Casino Ich hab ihn mit dem Mercedes eben noch hier vorbeizessen gehen, keine Ahnung wohin Mit dem Mercedes, mit meinem Mercedes, okay? Äh, müsste der Schwarze gewesen sein von ihr, ja? Ja, ja Lass die Frau in Ruhe Lass die Frau in Ruhe Wer ist das? Micha? Ich glaub schon Micha, Beifuß Was? Ist der ernsthaft so schwanzgesteuert? Micha, der kommt doch gar nicht mehr hoch Alter Da sieht jemand wieder aus Ja, Micha, Entschuldigung, ich hab keine Tabletten mehr Muss ich erst stellen der muss nur wissen was man so schluckt ich glaube ich habe da vor einiger zeit noch bevor ich in diesen stadt eingereist bin so ein zugzeug in diese richtung runtergeschossen als kiosk army mitglied ich glaube da war ich glaube da wird nichts mehr drauf jetzt hat er sich umgebracht dass der krankenwagen kommt und vergewaltigt sie oder was er ist schon wieder da muss schon sagen ja ja die sind die brotstein ausgerutscht haben angefallen ich kann nichts dafür war nicht so der märz ist wieder stimmt mir denn nicht in der stelle sich eigentlich so ein rutschkarre sich eigentlich da noch hin frage mich das oder bildet das casino nicht oder was ist los bei dir ich hab keine ahnung so dumm alter ja und so war dicker und sowas ist wieder alle ich den kollegen den habe ich gar nicht eingenommen also aufgenommen den da bist du dran schulden murat ja ist den hast du ein sei es ist seine schuld ist seine schuld seine schuld aber ja ich habe den kollegen im weg muss sich als ausbilder ich glaube wer ist jetzt für ein ausbilder bei einem beim pd m agar da ist sie über die und ausbilder gleichzeitig rechter jetzt ist es so gut zu tun zum einsteigen 3-6-1 so wieder an die bis so Prozent es kommt aber davon was man muss das ist super vertreten ja ich muss auch noch mal die taucherausbildung fertig machen und der Qualifikant da drüben also unser Recruit da drüben der wird auf jeden fall morgen putzen HA und ich gehe dann nach Armio bzw. Bundeswehrmaniere hin ich bin einfach geworden und werde direkt nochmal nein, 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 lass uns was anderes machen ich muss, ich muss glaube ich nochmal jemanden anrufen vielleicht kann der das ja irgendwie einrichten, dass es extra den Rang in den pd gibt ach, um ein Ding ja, mach mal so ey, Lieblingschef, wann soll ich denn morgen da sein? wie? um 7 Uhr ok 6.30 ich habe mit dem Schieb gesprochen 6.30 06.30 stellvertretender Schieb ey ey, ich mache das wirklich ja es wird Zeit, dass wir diese Rolle extra bekommen ich zünd mir das mal eine an hier hier ähm so ein pikapikapikachu äh sind es jetzt sind es jetzt von 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 hier bis da und der Typ, alles FD da oder was? ja äh ja Murat gehört ja auch teils zu uns ja gut, Murat, keine Ahnung, der teilt sich immer so wie, keine Ahnung er ist er ist da, 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 da fällt die Worte für dann ist er im Auto aus, mal ist er als Medic unterwegs mal als Seelensorger mal als steifelten Aschi sag mal mal so, Murat, Murat ist halt multiculti m-murat also, wenn jetzt auf jemanden zukommt und ihn in die Mitte stellt, siehts aus wie ein Auge von oben ähm kommt ja darauf warte, ich stelle mich ein bisschen in die Mitte fertig stell dich mal in die Mitte, wir treten einmal alle zu jetzt hab ich keinen bock mehr auf verhältnis verpiss dich wer denn keine ahnung in so ein kind gegen so ein kind ja guck doch ja guck doch mal im defunk digga ist irgend so ein milchbubi 16 plus den neuen leon ja ja oh gott das sieht ja scheiße aus habe ich jetzt gar keinen bock drauf digga da kommt er wieder sein papa oder mama auf dem headset digga ne lass warte jetzt ist ein milchbubi kenne ich auch kenne ich auch noch so einen aber ich erwähne jetzt keinen namen du meinst diesen milchbubi der dich umgeschleppert hat und sich dann verpisst hat ach nein das dafür keine dazu habe ich keinen motor na stimmt das ist ein zustand keine person oder war das mein nein ich war es nicht aber nur so was denn wenn man schon von sich selbst ein bild macht dann sollte man schön aussehen ja ja ich hab den da hingestellt ich will ja nicht schon wieder ein schrott auto haben ich sag so mark wenn ich ein bild von mir macht dann mache ich jetzt extra so dass ich nicht schön aussehe alles klar wenn eigentlich alle weit lässt gespräche bekommen die da bei willkommen rein gehen weil das sind ja am tag locker sechs sieben acht stück immer die haben heute alle gekriegt heute haben sie alle gekriegt also ich weiß noch nicht ob meine beste dazu versuchen wird ob sie dazu kommt oder nicht deine beste was denn das für ein macker der von vor der hund alter hübsche bei netto wieder was im angebot oder hat den affen von gestern gesehen das ist ganz schön frech ich schwöre es dir das sind schon wieder affen murat du weißt wer die frau ranger sind die kommen doch oder rennt du rennt da war so ich nochmal nachschießen kürzlich ich bin doch auf als ob ich anfangen da ist er Oh Bei dem geh ich nochmal sicher Der ist tot Der hat nur 50er abbekommen, der hat zwei normale Wiener Wir verbrücken euch alle gegenseitig Ey, 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 ey Wir haben keine Medics in uns Ein bisschen Spaß, muss sein Boah, das wird jetzt wirklich geyser Er ist tot Schnelle Wiederbelebung Ich bin mal kurz an meinem Eindersauto Und zum und bei Atmen Oh, ich glaub, ich geh bald pennen Du kannst nicht pennen, du kannst erst, du machst das Licht aus Du machst das Licht aus Du bist der Erste, der da ist und der macht das Licht aus Mann, zurück Okay, fang schon mal an Verdammt, keine Munition Wollte um die Lampe kaputt schießen Falls geht Ja, geht, glaub ich So Bitteschön So Eine Frage an dich Warum hast du deine PD-Waffen dabei? Hast du jetzt grad Hast du jetzt grad Exels Frau getasert? Also ich hab mich umgezogen und ich hab die trotzdem noch gehabt Musst du die ablegen? Ja, die musst du ablegen Also Murat, sag mir das doch Du bist heute mit den Leuten im Büro, Digga Aber keiner hat mir gesagt, dass ich die ablegen muss So, boah, ich verabschiede ich mich Wauw 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 Ich möchte das doch Bitteschön Ich möchte das doch